Dieser Mord schockiert sogar hartgesottene New Yorker. Es war eine grausame Tat und wir wussten, dass der Mörder weiter frei herumläuft. Neue Hinweise in einem Verbrechen, das diese unerschütterliche Stadt schockiert. Ein Mensch viel zu früh aus dem Leben gerissen, das hätte nicht passieren dürfen. Der Mörder versucht, alle Erkennungsmerkmale des Opfers zu beseitigen. Wir kannten die Todesursache nicht, wussten nicht mal, wer sie war. Ich kann deinen Mörder nicht finden, wenn ich nicht weiß, wer du bist. Die Ermittler finden heraus, wer die Tote ist. Das führt sie zu einem Mörder mit einem unstillbaren Hunger nach Gewalt. Es ist die Jenseits jeder Vorstellung. Eine Art Jack the Ripper. Eine regelrechte Bestie. Fernab vom Lichterglanz und dem Strahlen der Hochhäuser gibt es in New York viele sehr abgelegene Seitenstraßen, berüchtigt dafür, dreckig, trostlos und gefährlich zu sein. Am 25. Februar 2006 wird in einer solchen Straße eine Leiche gefunden, etwa 30 Kilometer von Manhattan entfernt. Die Rettungskräfte erwartet ein furchtbarer Anblick. Das Opfer ist eine junge Frau um die 20. Das Opfer war nackt und in eine Decke gewickelt. Ihre Hände waren mit Kabelbindern hinter ihrem Rücken gefesselt. Der Kopf des Opfers ist mit Paketband umwickelt. Eine Art Tuch ist in ihren Mund gestopft und ein Großteil der Haare ist abgeschnitten. Der Mörder hat offenbar versucht, seine Spuren zu verwischen. Er wusste offenbar, wie man einen Tatort säubert. Er hat ihre Fingernägel geschnitten, damit dort keine DNA gefunden werden kann. Um vielleicht verursachte Spuren zu eliminieren, kann es durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel die Nägel zu schneiden. Wenn das Opfer nämlich im Rahmen von Abwehrhandlungen gekratzt hat und meine Hautzellen jetzt unter dem Fingernagel sind, dann macht es Sinn, die da rauszukratzen oder die Fingernägel ganz abzuschneiden. Ob man allerdings sämtliche DNA hier tatsächlich entfernen kann, muss offen bleiben. Die Chance, dass Reste zurückbleiben, halte ich für sehr groß. Aber die Reduktion der hinterlegten Spuren kann auf alle Fälle auf so eine Art und Weise erfolgen. Ja, es ist ein schwieriger Sachverhalt, wenn der Täter tatsächlich professionell Spuren verwischt und wir kaum noch eine Spurenlage haben, die zur Auswertung reicht. Wir gehen in die Vortatphase und schauen, warum ist das Opfer eigentlich Opfer dieser Straftat geworden? Wovon hin das ab? War es ein Zufallsopfer? War das geplant? Und wir schauen auch, ob der Täter in der Vortatphase Fehler gemacht hat. In der Gegend gibt es keine Überwachungskameras. Niemand weiß, wer das Opfer ist. Nur die Leiche gibt der Polizei ein paar Hinweise. Mir ist aufgefallen, dass sie Bräunungsstreifen hatte und Latina war. Mitte Februar ist es hier sehr kalt. Also kam sie entweder gerade von einem sonnigen Ort oder sie stammte gar nicht aus der Gegend. Neben der Leiche liegt eine Schneebürste. Ob die mit dem Mord zusammenhängt, ist unklar. 48 Stunden nach dem Fund der Leiche meldet sich eine Frau bei der Polizei und sagt, dass ihre Freundin Imet St. Guillen verschwunden ist. Sie sagte, dass Imet am Tag vor ihrem Verschwinden aus Florida zurückgekehrt sei. Das ließ die Ermittler sofort aufhorchen, denn das Opfer war ja braun gebrannt. Jetzt. New Yorks Top-Ermittler müssen einen Mord aufklären und einen Killer finden, der frei herumläuft. Die 24-Jährige Imet St. Guillen aus Boston steht kurz vor ihrem Hochschulabschluss in Strafrecht. Sie war wunderbar. Eine wunderbare junge Frau. Ein unsagbarer Verlust. Wenn dein Kind stirbt, stirbst du auch. Ein Teil von dir wird nie wieder lebendig sein. Imets Autopsie-Ergebnisse bestätigen, sie starb auf grausame Art und Weise. Sie hatte Verletzungen im Intimbereich. Das spricht dafür, dass es sich um ein Sexualverbrechen, vielleicht eine Vergewaltigung handelt. Sie hatte eine Socke in ihrem Mund, die ihre Zunge in ihren Rachen gedrückt hat. Das hat sie umgebracht. Wir werden also keine klassische Tatwaffe finden, keine Patronen oder ähnliches. Unfassbar. Es gibt keine Spur fremder DNA an ihrem Körper. Ein Sexualverbrechen begehen und jede Spur von DNA beseitigen. Das dauert Stunden. Imets Mörder muss das an einem sicheren Ort getan haben. Der Fundort der Leiche kommt dafür nicht in Frage. Es war so zeitaufwendig mit dem Kabelbinder, dem Klebeband, der Kordel um die Decke. Es hätte zu lange gedauert, das vor Ort zu tun. Die Ermittler müssen jetzt nicht mehr nur einen Täter finden, sondern auch einen neuen Tatort. Die Ermittler sind entsetzt, weil der Mörder offenbar sämtliche fremde DNA von Imet Saint-Guyens Körper entfernen konnte. Aber er hat nicht an alles gedacht. Das Klebeband und die Decke, in die ihr Körper eingewickelt ist, sind ergiebige Quellen für Forensiker wie Nick Petreco. Er findet rote Teppichfaser auf beidem. Billiges, gefärbtes Nylon von einem Teppich. Zufälligerweise habe ich genau solche Fasern schon in anderen Fällen untersucht und weiß, zu welcher Art Teppich sie gehören. Unter dem Mikroskop entdeckt Petreco auch Tierhaare. Da waren Nerzhaare, die mussten eine Rolle spielen. Er findet außerdem Kaninchenfell, wie es in Mänteln vorkommt, und einen kleinen Blutstropfen auf den Kabelbindern, die als Fesseln benutzt wurden. Auf der Schneebürste, die neben dem Opfer liegt, befindet sich eine DNA-Spur. Die Probe auf der Schneebürste war sogenannte Kontakt-DNA, also DNA, die beim Berühren des Gegenstandes zurückgelassen wird. Das sind dann meistens Hautschüppchen, die von den Fingern abgegangen sind, aber da kann sich natürlich auch sekret, wenn man vorher sich im Ohr gekratzt oder im Auge gejuckt hat, dann kann man auch sekret antragen. Touch bedeutet hier letztendlich die Entstehung der Spur. Die Forensiker untersuchen akribisch die Decke, in die die Leiche eingewickelt ist. Sie nutzen dazu ein UV-Licht, das Körperflüssigkeiten sichtbar macht. Und tatsächlich leuchtet ein Fleck auf, der sich als Samenflüssigkeit herausstellt. Die Samenspur war nur noch sehr schwach. Wir gingen deshalb davon aus, dass es sich um einen sehr alten Fleck handeln musste. Mit diesem Wissen gehen die Ermittler noch einmal Imets letzte Nacht durch. Ein Freitag kurz vor ihrem 25. Geburtstag. Sie ist mit Freunden aus, darunter ihre beste Freundin Claire. Es war spät, fast schon 4 Uhr morgens. Sie waren gerade aus dem Urlaub zurück und Claire wollte heim. Aber Imet wollte noch nicht gehen. Claire versuchte alles, um Imet ins Taxi nach Hause zu bekommen. Aber Imet war nicht zu bremsen und verschwand in der Nacht. Die Polizei hofft zunächst, dass Überwachungskameras Imets Weg aufzeichnen. Aber anders als heute waren solche Kameras 2006 eher selten. Ein Video hätte schon sehr dabei geholfen, Imets Weg zu rekonstruieren. Aber die Überprüfung von Imets Kreditkarte ergibt, dass sie zwei Getränke in einer Bahn namens The Falls bezahlt. Die Ermittler müssen einen richterlichen Beschluss haben, um dann bei dem Kreditkartenanbieter Visa, Mastercard oder was es sonst noch gibt, entsprechend die Daten zu erfragen und sehen dann, wann, wo der Zugriff war, wann dort Umsätze getätigt wurden. Die Zahlung erfolgte um Viertel nach vier, kurz bevor Bars in New York City schließen müssen. Also 17 Stunden bevor ihre Leiche gefunden wird. Die Ermittler müssen herausfinden, was in diesem Zeitraum passiert. Das Problem dabei, es gibt mehrere Tatorte. Irgendwo überwältigt der Mörder Imet. Irgendwo missbraucht er sie, tötet sie und entfernt anschließend die DNA-Spuren von ihrer Leiche. Und er braucht ein Auto, um zu diesen Orten zu gelangen. Auch das ist nirgendwo zu finden. Es gab kaum genug Beweismaterial, um überhaupt weiterzuermitteln. Außer der Leiche gab es kaum Anhaltspunkte. Keine Gegenstände oder Orte, auf die man sich bei der Ermittlung konzentrieren konnte. Die Polizei hofft, in der Bar The Falls Antworten zu finden. Imets letzten bekannten Aufenthaltsort. Zunächst vergeblich. Gab es vielleicht Videoüberwachung? Natürlich nicht. Aber die Barkeeperin erinnert sich an Imet. Sie will um 4 Uhr schließen, doch Imet weigert sich zu gehen. Sie dachte, solange ich zahle, kann ich bleiben. Die Thekenkraft sagt, dass der Barbesitzer Danny Dorian sich das eine Weile anschaut und Imet dann durch den Rausschmeißer aus der Bar begleiten lässt. Danny Dorian leugnet das später. Danny Dorian ist nicht sehr entgegenkommend. Er behauptet, sich nicht an Imet zu erinnern. Ich weiß noch, dass die Ermittler zurückkamen und meinten, wir haben mit diesem Kerl gesprochen, Dorian. Wir glauben, dass er etwas verheimlicht. Und ich dachte, Moment, Dorian? Den Namen kenne ich. Wieso kenne ich diesen Namen? Offenbar kennen so einige Menschen in New York den Namen Dorian. Der Name Dorian ist bekannt in New York City. Es gibt eine unheimliche Verbindung zwischen der Bar The Falls und einer anderen berüchtigten Kneipe in New York. Dort lernt er der sogenannte Preppy Killer sein Opfer kennen. 1986 wird der 20-jährige Robert Chambers wegen Mordes an der 18-jährigen Jennifer Levin verhaftet. Er hatte das Mädchen mitten im Central Park brutal ermordet. Das war der große Kriminalfall in New York, über Jahre hinweg. Deshalb kannte auch jeder den Namen Dorian. Denn der letzte Ort, an dem das Opfer Jennifer Levin lebend gesehen wird, ist eine Kneipe, die Danny Dorians Familie gehört. Hat diesmal wieder ein Opfer seinen Mörder zufällig in einer Dorian-Bar getroffen? Sicher ist, Danny Dorian ist Besitzer der Kneipe, in der Imet Saint-Guyen zuletzt lebend gesehen wird. Und er erzählt der Polizei Dinge, die sie ihm nicht glaubt. Danny Dorian behauptet nämlich, Imet noch nie gesehen zu haben, obwohl seine Mitarbeiter etwas anderes erzählen. Das wird zum Problem für Danny Dorian. Es kam ein Anruf rein. Wir sollten sofort zur Polizeiwache kommen, und zwar direkt ins Büro des Chefs. Sehr ungewöhnlich, vor allem mitten in der Ermittlungsarbeit. Wir kommen dort an und da sitzen Danny Dorian und sein Anwalt. Und siehe da, er erinnerte sich an Imet. Er wusste nicht, wie sie starb, aber er hatte sie in der Bar gesehen. Danny Dorian hat ein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit. Trotzdem hat er ein Problem, seinen Rausschmeißer, Daryl Littlejohn. Danny Dorian ist kein guter Barmanager. Das erkennt man daran, dass er Daryl Littlejohn als Türsteher einstellt. Er hat vorher nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, Daryls Lebenslauf zu checken. Der 41-jährige Littlejohn ist ein verurteilter Verbrecher. Er war acht Jahre im Gefängnis wegen Einbrüchen und Drogendelikten. Er hat seine Bewährungsauflagen verletzt. Er hätte nicht in einer Bar mit Alkoholausschank arbeiten dürfen. Und auch nicht bis vier Uhr morgens. Littlejohn sagt aus, dass er nur das getan hat, worum sein Boss Danny Dorian ihn gebeten hat. Er begleitet Imet aus der Bar. Er ist der Letzte, der sie lebend sieht. Das weckte natürlich sofort das Interesse der Ermittler. Da Littlejohn gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, bekommen die Ermittler schnell einen Durchsuchungsbefehl. Die Auswertung seines Handys ergibt für den Morgen des Mordes, er war in seinem Haus und in der Nähe des Leichenfundortes. Es gab damals noch keine GBS-Chips in den Handys. Dadurch war es schwieriger, aber nicht unmöglich. 2006 ging eine Ortung über Triankulationen, drei Mobilfunkmasten und dazwischen wird gemessen, um rauszufinden, wo der Standort ist. Heißt das, dass er sie getötet hat? Nein. Aber er war am Tatort oder zumindest da, wo wir Imet gefunden haben. Also fokussierte sich jetzt alles auf Littlejohn. Die New Yorker Polizei hat eindeutige Beweise, die einen Türsteher einer Bar mit dem Mord an einer jungen Frau in Verbindung bringen. Spurensicherer stellen das Haus auf den Kopf, in dem Littlejohn mit seiner Mutter wohnt. Sie durchsuchen auch sein Auto nach Spuren, die auf Imets Leiche hinweisen könnten. Was der Spurensicherung zuerst auffällt, sind dutzende leere Flaschen Bleichmittel im Müll hinter dem Haus. Also wenn bei einem Tatverdächtigen größere Mengen an Bleichmittel gefunden werden, dann muss man sich fragen, was macht der damit? Man kann damit putzen, in den USA ist das ein gängiges Putzmittel. Bleichmittel hat die Eigenschaft, dass sie DNA zerstört, sodass hier der Verdacht aufkommen könnte, dass diese Person mit dem Bleichmittel DNA-Spuren zerstören wollte. Trotz akribischer Suche finden die Teams keine fremde DNA, so wie bei Imets Leiche. Keine DNA und auch kein anderer Beweis dafür, dass Imet jemals dort war. Wenn Daryl Littlejohn Imets Mörder ist, hat er bei der Reinigung mehrerer Tatorte beängstigend gute Arbeit geleistet. Aber nach einem mehr als 100 Jahre alten forensischen Leersatz, dem sogenannten Lokar-Austauschprinzip, ist es unmöglich, einen Tatort vollständig zu reinigen. Es geht zurück auf Dr. Edmond Lokar aus Frankreich. Sein Leersatz besagt, dass man immer Spuren finden kann. Irgendjemand lässt immer irgendetwas zurück. Kurzum, wenn du es nicht findest, ist es deine Schuld. Es ist da. Tatsächlich gibt es winzige Spuren, die das Rätsel lösen könnten, was mit Imet Saint-Guyen geschah. Zu den wichtigsten Spuren am Fundort von Imet Saint-Guyens Leiche gehören rote Teppichfasern und Tierhaare von Nerz und Kaninchen. Um herauszufinden, wo es passiert ist, hatten wir nur diese winzigen Spuren. Und als Daryl Littlejohn verdächtigt wird, suchen Kriminaltechniker sofort nach diesen Haaren und Fasern. Diese Arbeit ist faszinierend und hilft dabei, einen kompletten Tathergang zu rekonstruieren. Wo eine einzige rote Teppichfaser vielleicht nichts aussagt, sind drei verschiedene Materialien, statistisch gesehen, fast schon ein Beweis dafür, dass es dort passiert ist. Bei der Durchsuchung des Hauses und des Wagens von Daryl Littlejohn finden die Kriminaltechniker einen roten Teppich, dessen Fasern mit denen vom Leichenfundort übereinstimmen. Littlejohns Mutter, die auch im Haus lebt, besitzt einen Nerzmantel. Auch diese Haare stimmen überein, ebenso wie die Haare aus einem ihrer Mäntel mit einem Kaninchen-Fellkragen. Und da waren Schuhe, an deren Unterseite klebten rote Teppichfasern. So sind sie in den Lieferwagen gekommen. Die Mutter trug ihren Nerzmantel wohl, um am Sonntag in die Kirche zu gehen. Und so hinterließ sie ein paar Haare von dem Nerzmantel auf dem Sitz. Diese Beweise bringen Littlejohn eindeutig mit der Tat in Verbindung. Aber bislang kann die Staatsanwaltschaft nur beweisen, dass er Imets Leiche beseitigt hat. Nicht aber, dass er auch Imets Mörder ist. Es blieben berechtigte Zweifel, ob er der Killer ist. Littlejohn streitet ab, ein Mörder zu sein. Und er hat einen sehr guten Anwalt. Es tut mir sehr, sehr leid, was dieser jungen Frau passiert ist. Aber sie haben den Falschen. Die Gerichtsmediziner untersuchen den alten Sperma-Fleck auf der Decke, in die Imets Leiche eingewickelt war. Die DNA-Analyse stellt den Fall auf den Kopf. Ich sah mir die Probe genau an und fand, dass sie Daryl Littlejohns DNA ähnlich sah. So ähnlich, dass sie von einem Verwandten stammen könnte. Man kann das mit biosatistischen Methoden berechnen, wie groß die Chance ist, dass es ein Bruder ist, dass es ein Elternteil ist oder ein anderer Verwandter. Wie sich herausstellt, hatte Daryl einen Bruder, der im Gefängnis starb, als er auf seinen Prozess wegen eines Doppelmordes wartete. Er starb an einer Art Asthma-Anfall. Das war elf Jahre her und würde den schlechten Zustand der Samenprobe erklären. Sie haben also die Decke untersucht, in der die Leiche eingewickelt war. Was wissen Sie über die Tests? Es war Sperma auf der Decke, es war aber nicht das Sperma des Verdächtigen. Aber da ist ja noch der fast 100 Jahre alte Leersatz des französischen Forensikers. Kein Täter kann den Tatort vollständig reinigen. Die DNA-Spuren auf der Schneebürste in der Nähe von Imeds Leiche passen zu Daryl Littlejohn. Und schließlich findet sich seine DNA auch in dem kleinen Blutfleck auf einem Kabelbinder. Der Mörder hat es den Forensikern schwer gemacht. Aber alle Spuren seiner Tat konnte er nicht verwischen. Er hat an Dinge gedacht, wie Blut, Sperma und Spucke, vielleicht sogar an seine Haare. Aber er hat nicht an die Dinge gedacht, die ihn umgeben haben. Den roten Teppich, den Herzmantel. Und das sind die Spuren, die letztendlich dazu beitragen, ihn festzunageln. Die Ermittler glauben, dass Littlejohn, als er den Auftrag bekommt, Imed aus der Bar zu holen, in ihr eine leichte Beute sieht. Sie hat eine Menge getrunken, die Straßen sind fast leer. Er überwältigt sie und bringt sie in seinen Van. Wohin er sie danach fährt, ist unklar. Klar ist, dass er Stunden damit verbringt, sie zu missbrauchen und dann ihren Körper und den Tatort zu bleichen. Aber er ist sich der Fasern und Tierhaare nicht bewusst, die an ihm und dann auch an seinem Opfer haften bleiben. Offenbar wehrt sich Imed irgendwann. Littlejohn blutet vermutlich. Das könnte der Grund dafür sein, dass er einen Teil ihrer Haare abschneidet. Er stutzt auch ihre Fingernägel, um DNA-Spuren zu eliminieren. Nun muss er die Leiche loswerden. Dazu muss er aus dem Wagen, wo man ihn sehen könnte. Er ist in Eile. Die Schneebürste aus seinem Van mit seiner DNA drauf fällt raus, als er die Leiche entsorgen will. Aber ein kleiner Blutfleck auf dem Kabelbinder lässt keinen Zweifel daran, dass er der Mörder ist. Im Juni 2009 wird Daryl Littlejohn des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt. Wegen Spuren, von denen er nicht wusste, dass sie zu ihm führen könnten. Niemand, der die Bar betrat, hätte Grund zu der Annahme gehabt, in dieser Nacht einen Mörder zu treffen, egal ob betrunken oder nüchtern. Diesen Fall hat die Kriminaltechnik gelöst. Die Auswertung seiner Handydaten, seine DNA und die Haar- und Faserproben. Beweise, die zweifelsfrei belegen, er ist schuldig im Sinne der Anklage. Nach einem Geschäftstermin verschwindet ein Mann. Für immer. Es war ein ganz normales Treffen. Danach war alles anders. Seine Entführer scheinen zu allem bereit. Der Erpresser war ganz deutlich. Wenn sie nicht bezahlen, werden wir anfangen, Teile seines Körpers zu verkaufen, wie seine Leber. Ich dachte, oh mein Gott, wie kann jemand so etwas tun? Die Spur des Geldes zieht sich über den halben Globus. Folge dem Geld. Folge dem Geld. Folge dem Geld. Genau das machen die Ermittler. Und landen an einem riesigen See. Das ist wie die Nadel im Heuerhafen zu suchen. Es zeigt, dass Menschen böse sein können. Sie wollten die Leichen im Wasser verschwinden lassen. Alex Jumansky ist sieben Jahre alt, als er zusammen mit seiner Familie aus der Ukraine in die USA einwandert. Ihr Lebensmittelpunkt ist Los Angeles. Wie viele Einwanderer damals hofft Alex in Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu finden. Seine Eltern sind hergezogen, um ein besseres Leben zu haben. Die Situation in unserer Heimat war schwierig. Ich glaube, alle Einwanderer haben denselben Traum. Alex Jumansky ist jung, sieht gut aus, geht zielstrebig seinen Weg. Er gründet sein eigenes Unternehmen. Die Idee? Einbau von ausgefallenem Zubehör, in Fernseher oder Kameras, in Autos. Alex' Geschäft startet durch. Privat verliebt er sich in eine Frau aus der Ukraine. Ich habe mich in seine Persönlichkeit verliebt. Wir haben uns verlobt, wollten heiraten. Erst gerade eben habe ich ein Video unserer Verlobungsfeier angesehen. Das Haus war voll, alle haben getanzt und gesungen. Am Abend des 12. Dezember 2001 bekommt Alex einen vielversprechenden Anruf. Ein neuer Kunde mit viel Geld. Der neue Kunde will eine hochmoderne Stereoanlage in das Auto seiner Frau einbauen lassen, für eine Menge Geld. Alex sagte, Geld spielt für den Mann keine Rolle. Ein Volltreffer für jeden Unternehmer. Das war genau sein Ding. Sein Geschäft war wie sein Baby. Alex und der Kunde verabreden ein Treffen am nächsten Tag. Nach diesem Treffen kommt Alex nicht nach Hause, ist nicht mehr zu erreichen. Es herrschte einfach Funkstille. Alle haben versucht, ihn irgendwie zu kontaktieren. Es war sehr ungewöhnlich, dass er komplett unerreichbar war. Seine zwei Manager haben mich angerufen. Wir können ihn einfach nicht erreichen, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich habe es auch bei ihm versucht, aber keiner hat ihn erreichen. Am nächsten Morgen fährt Alex' Vater in die Firma, um zu sehen, ob er dort ist. Alex ist nicht da, dafür etwas Ungewöhnliches. Ungewöhnliches. Sein Vater findet ein Fax. Eine Rechnung mit einer Zahlungsaufforderung über 234.628 Dollar. Der Absender ist eine ihm unbekannte Firma. Zur gleichen Zeit erhält Alex' Bruder Michael in San Francisco ein ähnliches Fax. Kurze Zeit später ein Anruf. Es ist Alex. Er ist in Panik, sagt, er sei entführt worden. Seine Kidnapper machen deutlich, dass Alex' Leben in Gefahr ist. Straftäter, die ein Opfer entführen, dann auch mit dem Mord des Opfers drohen und einen finanziellen Vorteil sehen wollen, sind ganz besondere Täter und besonders strukturiert. Diese Straftaten sind oft hochprofessionell geplant. Die Täter sind kaltherzig, kaltblütig und scheuen auch vor dem Risiko, das Opfer zu töten, nicht zurück. Sie drohten damit, Alex die Finger abzuschneiden oder Teile seines Körpers, wie die Niere oder die Leber, zu verkaufen, wenn das Geld nicht gezahlt wird. Die Entführer verlangen, dass das Lösegeld nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate überwiesen wird. Genau wegen der organisierten Kriminalität habe ich die Ukraine verlassen. Ein Schock, dass so etwas dann in L.A. passiert. Die Ermittler vermuten, dass Alex irgendwo in Los Angeles festgehalten wird. Die Lösegeldforderung kommt aus Russland. Die Entführer verlangen aber, dass das Geld an eine britische Bank in Dubai überwiesen wird. Die Hoffnung bei Ländergrenzen ist, dass man schlechter Zugriff auf die Daten hat, schneller abrufen kann und der Vorgang für die Ermittler länger dauert, um zu ermitteln, wo das Geld hingegangen ist und wie es abgeholt wird. Es wird ein internationaler Fall. Und die Zeit läuft. Das ändert die Situation dramatisch. Es geht hier nicht um eine lokale Schläger-Truppe, die wahllos jemanden entführt. Diese Leute haben Verbindungen auf der ganzen Welt. Es war klar, dass wir Zeit brauchen, um die Entführer zu finden. Zeit, die Alex Jumansky nicht hatte. Per Telefon fordern die Entführer Alex' Familie auf, das Lösegeld so schnell wie möglich zu zahlen. Das FBI schneidet die Gespräche mit. Die Entführer sprechen Russisch. Wir haben versucht, die Entführer zu orten. Aber natürlich gab es 2001 noch kein GPS in den Handys. Menschen sehen Fernsehsendungen und denken, man kann die Anrufe doch zurückverfolgen. Aber so einfach ist das nicht. Es sind nur kurze Gespräche von Prepaid-Handys. Und die wurden unter falschen Namen und Adressen gekauft. Familie Jumansky kann den verlangten Betrag nicht komplett zahlen. Sie überweisen 90.000 Dollar auf das Konto in Dubai mit dem Versprechen, dass mehr Geld kommt. Wir wollten Gewissheit, dass es Alex gut geht. Er durfte kurz ans Telefon. Er war am Leben. Das ist nicht der einzige Hoffnungsschimmer. Einer der mutmaßlichen Entführer benutzt Alex' Bankkarte. Keine 24 Stunden nach seinem Verschwinden. Eine Überwachungskamera nimmt diesen Mann auf. Er hielt sich die Hand auf die Nase, um sein Gesicht zu verdecken. Er wusste, dass er beim Geldabheben gefilmt wird. Im Hintergrund ist ein heller Geländewagen zu sehen. Die Bauart des weißen SUV ist zu erkennen, das Nummernschild nicht. Ein weiteres Problem? Es gibt tausende solcher Fahrzeuge im Großraum Los Angeles. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Alex zu finden, bevor er ermordet wird. Dann eine überraschende Wendung. Alex Jumanskys Vater macht eine merkwürdige Entdeckung. Das Suchplakat einer vermissten Frau macht ihn stutzig. Alex' Vater, Reuven, sieht die Vermisstenanzeige und findet es seltsam, dass ausgerechnet zwei Osteuropäer verschwunden sind. Er berichtet dem FBI von seiner Beobachtung. Die 39-jährige Rita Peckler verschwindet eine Woche vor Alex Jumansky. Rita ist russische Staatsbürgerin, wie Alex eingewandert und mit engen Verbindungen zur Immigrantengemeinschaft in Südkalifornien. Das ist doch sehr seltsam, dass eine Russin und ein Ukrainer in diesem kleinen Gebiet von Los Angeles vermisst werden. Aber bei Rita Peckler gab es keine Lösegeldforderung. Warum wurde sie dann gekidnapt? Und wo ist die Verbindung zwischen Peckler und Jumansky, zwei Menschen, die sich noch nie begegnet sind? Die Ermittler hören Gerüchte über weitere entführte Immigranten. Konkret erfährt das FBI von zwei russischsprachigen Personen, die gekidnappt wurden. George Safiev und Nick Karabazzi, Chefs einer Filmproduktionsfirma. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Großraum Los Angeles. Hier wurden die beiden das letzte Mal gesehen. Und hier gibt es eine direkte Verbindung zu Rita Peckler. Sie ist eine Angestellte der beiden. Rita Peckler war ihre Buchhalterin. Vier potenzielle Opfer, alle mit Verbindungen zur ehemaligen Sowjetunion, die kurz vor ihrem Verschwinden mit russischsprachigen Personen zu tun hatten. So viele Fragen und kaum Antworten. Priorität ist, die Vermissten zu finden und das hoffentlich lebendig. Vier Menschen aus dem Raum Los Angeles werden entführt. Die US-Beamten ermitteln zusammen mit Kollegen auf der ganzen Welt. Alle sind sich einig, wie man die Entführer am besten ausfindig macht. Für diese Art Ermittlungen haben wir einen alten Lehrsatz. Folge dem Geld. Was für uns alle so ungewöhnlich war an diesem Fall, das Lösegeld sollte ins Ausland überwiesen werden. Den Agenten bleibt im Grunde nur eine Spur, die Spur des Geldes. Weltweite Überweisungen werden fast ausschließlich elektronisch abgewickelt. Das System ist so gestaltet, dass es transparent ist. Aber manche Länder schauen bei solchen Transaktionen nicht so genau hin. Anscheinend hoffen die Entführer, dass die Vereinigten Arabischen Emirate dazugehören. Das war unbekanntes Terrain. Wir haben kein Abkommen mit den Arabischen Emiraten. Aber die Behörden der Emirate unterstützen die US-Ermittlungen. Diese Zusammenarbeit hat dem FBI geholfen, die Entführer zu identifizieren. Das FBI und die Ermittler in Dubai finden die Bank, an die das Lösegeld geschickt wird. Zwei Männer aus Russland werden beim Abheben des Geldes festgenommen. Es stellte sich heraus, dass sie nichts von dem Lösegeld wussten. Sie wurden angeheuert, um das Geld abzuheben. Das war's. Die Männer kooperieren sofort, geben alle Informationen und Unterlagen zu ihrem Auftrag weiter. So finden die Ermittler schließlich heraus, für wen das Lösegeld wirklich bestimmt ist. Das Geld sollte zurück nach Los Angeles. Empfänger ist ein kleines Geschäft für Aquariumbedarf namens Design Waterworld. Design Waterworld ist ein kleiner Laden, der Yuri Mikkel und Euridius Kadamovas gehört. Yuri Mikkel stammt ursprünglich aus Moskau, ist vorbestraft. Euridius Kadamovas wurde in Litauen geboren. Es wurde nie gegen ihn ermittelt. Beide scheinen weit über ihre Verhältnisse zu leben. Sie besaßen zahlreiche Häuser in der Gegend. Michael lebte in Encino, in einem wirklich schönen Haus in den Bergen. Es stellte sich also die Frage, wer diese beiden Menschen wirklich waren. Das Finanzgebaren von Opfern und Tätern ist immer wieder Spiegelbild ihres eigenen Lebens. Das liefert Hinweise, wie sie leben, teilweise auch Hinweise auf das Motiv, nämlich die Habgier. Deswegen stehen sie immer im Fokus. Aber auch diese Ermittlungen bedürfen besonderer Expertise. Und natürlich in der Gesetzeslage mit entsprechenden Wirtschaftsbeteiligten auch zusammenarbeiten zu dürfen, um die Daten dann auch zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Telefone der beiden werden abgehört und alle geschäftlichen Aktivitäten überprüft. Die Ermittler werden dabei auf den Angestellten einer Altmanis aufmerksam, selbst Immigrant aus den ehemaligen Sowjetgebieten. Sie beschatteten Altmanis tagelang. Er fuhr einen weißen Lincoln Navigator. Das gleiche Auto wie auf dem Überwachungsvideo des Geldautomaten bei der Jumansky-Entführung. Ist der Mann auf dem Video tatsächlich einer Altmanis? Es ist unmöglich, das zu beweisen. Aber da das Leben der Geiseln in Gefahr ist und es genug Hinweise gibt, durchsuchen die Behörden das Unternehmen der mutmaßlichen Entführer und werden fündig. 19 Durchsuchungsbefehle wurden an einem Tag vollstreckt und dabei jede Menge Beweise gesammelt. Waffen, Schalldämpfer, die mit Rohl, das zur Betäubung der Opfer verwendet wurde, Bankunterlagen mit vielen Überweisungen, die später den Lösegeldzahlungen zugeordnet werden konnten. Juri Mikkel, Jurius Katmobas, Einer Altmanis und ein weiterer Mann werden festgenommen. Die Ermittler sind sich jetzt sicher, die Entführten wurden ermordet. Nur ohne Leichen ist es schwer, die Morde zu beweisen. Sie hatten viele Indizien und Beweise, aber keine Leichen. Die Chancen für eine Verurteilung in einem Mordfall ohne Leiche stehen schlecht. Im Februar 2002 werden die vier Männer im Zusammenhang mit den Entführungen verhaftet. Einer davon, der 42-Jährige Einer Altmanis, will einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Wenn man mit Netzwerken zu tun hat und Netzwerke ermittelt, gibt es immer einen kaskadischen Aufbau. Es gibt Menschen, die von Straftaten enorm profitieren und manche, die weniger profitieren. Das führt zu Friktion in so einer Gruppe. Und wir suchen uns gezielt bewusst die Personen, die fragil sind, die am wenigsten von der Straftat profitieren, vielleicht aber auch nur Teilbereiche dieser Straftat selber begangen haben und versuchen, die dann in den Fokus der Ermittlung zu rücken. Weil wir wissen, dass, wenn es uns gelingt, hier entsprechende Aussagen zu generieren, Zeugenaussagen zu generieren, dann erst der Schritt möglich ist, die Spitze eines solchen Netzwerks im Bereich der Kriminalität anzugreifen. Bei der Vernehmung von Altmanis wollen die Agenten vor allem eins wissen. Wo sind die Opfer? Was ist mit den Opfern passiert? Und er schlug die Hände auf den Tisch, sagt, ich weiß alles. Schließlich gesteht er. Sie sind weg. Sie sind alle weg. Altmanis erklärt, dass sie die Opfer im New Melones Reservoir versenkt haben, einem Stausee, ca. 500 Kilometer nördlich von Los Angeles. Es ist einer der größten Stauseen Kaliforniens, fast 100 Meter tief. Die Nadel im Heuhaufen zu suchen, ist vermutlich einfacher, als vier Menschen auf dem Grund dieses gewaltigen Sees zu finden. Er zeigte den Ermittlern die Orte, an denen sie die Leichen entsorgt hatten. Sie brachten sie bis nach Nordkalifornien und warfen die Leichen von zwei Brücken aus in den See, beschwert mit Gewichten. Je mehr Strömungen in dem Gewässer sind, umso mehr wird nicht nur die Leiche verdriftet, sondern wird auch der mögliche Geruch oder irgendwelche anderen Selbstkleidungsstücke werden natürlich dann leichter verschwemmt. Und die Größe des Gewässers spielt eine Rolle, also auch die Breite, schon auch die Tiefe, weil ich dann einfach mehr zum Durchsuchen habe. Kurz gesagt, wenn ich den Fall für wichtig halte, dann kann ich das spurenkundlich eigentlich auch abarbeiten. Es gibt viele Experten auf dem Gebiet der Forensik, aber nur wenige sind auf die Suche von Leichen in großen Gewässern spezialisiert. Gene und Sandy Ralston machen das seit Jahrzehnten. Seit August 2000 nutzen wir unsere spezielle Ausrüstung. So konnten wir bereits 127 Opfer unter Wasser aufspüren. Die spezielle Technik macht es möglich, Leichen unter Wasser zu finden. Die Technik sendet Schallwellen in Tiefen, in die kein Sonnenstrahl vordringen kann. Das Gerät heißt Sidescan-Sonar. Es verwendet Schall, um Bilder von Gegenständen zu erzeugen, ähnlich wie ein medizinischer Ultraschall. Es sendet einen Ton und bekommt eine Reflektion als Antwort. Alles, was auf dem Grund liegt, erzeugt so ein Echo. Das Gerät steckt in einem Gehäuse, das mit drei bis vier Meter Abstand zum Grund durchs Wasser gezogen wird. Dieser sogenannte Schleppfisch sendet ein Tonsignal, das auf einen Monitor zurückgeworfen wird. So entsteht ein genaues Bild des Grundes. Ein menschlicher Körper wird anders dargestellt als die Dinge, die normalerweise unter Wasser sind. Das Sidescan-Sonar macht Gegenstände durch Schall sichtbar, die da unten eigentlich unsichtbar sind. Man kann sagen, wir suchen Objekte mit einer hohen Dichte. Je höher die Dichte, desto stärker das zurückkommende Signal. Das Team startet an den Stellen, die Einer Altmanes benannt hat. Zwei Brücken, die den See überspannen. Das Ehepaar Ralston entdeckt kurze Zeit später vier verdächtige Umrisse auf dem Grund. Sie melden der Polizei, es sind menschliche Überreste. Die Leichen konnten mithilfe eines Tauchgeräts unter einem Haken geborgen werden. Einer der Toten wird als George Safiev identifiziert, der zweite als Nick Karabatschi. Rita Pecklers Körper wird ein Stück weiter unter der anderen Brücke entdeckt. Bei der vierten Leiche handelt es sich um den Vermissten Alex Jumanski. Die Täter haben das Leben seiner Eltern völlig zerstört. Was ihrem Sohn angetan wurde, hat sie gebrochen. Davon werden sie sich nie wieder erholen. Seitdem sind sie nicht mehr dieselben. Ich denke, Alex verdient es, dass man sich an ihn erinnert. Er war ein guter Mann. Später erfahren die Ermittler, dass es noch ein fünftes Entführungsopfer gibt. Es ist der 58-jährige Immobilienunternehmer Maya Muscatel. Vermisst seit Oktober. Seine Leiche war Monate vorher von einem Fischer in demselben See gefunden worden. Wieso wurden diese fünf Menschen zu Opfern? Sie gingen wohl davon aus, dass die Familien das Verschwinden eher nicht bei der Polizei anzeigen. Sie hofften, dass das Misstrauen gegenüber den Behörden zu groß wäre. Wenn etwas passiert, wären die Behörden nicht die erste Anlaufstelle, um nach Hilfe zu fragen. Die Täter gehen davon aus, dass alle ihre Opfer sehr vermögend sind. Außer bei Rita Peckler. Sie wird nur entführt, um ihre Chefs zu ködern. Die Opfer müssen nur aus einem Grund sterben. Habgier. Mehr als eine Million Dollar werden insgesamt bezahlt. Dieses Blutgeld war ihr Einkommen, ihr Lebensunterhalt. Und dieses Geld konnte zurückverfolgt werden. Mühsam und nur mit Hilfe des FBI und der Steuerbehörde IRS. Die Täter hatten sich Luxusgüter davon gekauft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Alex Jumensky und die anderen Opfer zu den Treffen gehen, weil sie auf ein gutes Geschäft hoffen. Nach seiner Ankunft wird Alex vermutlich direkt überwältigt und nur so lange am Leben gelassen, bis seine Familie weiß, dass er in Lebensgefahr ist. Als die erste Zahlung da ist, ziehen die Täter ihm eine Plastiktüte über den Kopf und strangulieren ihn. Die Entführer werfen die Leichen mit Gewichten beschwert in den See. Dank neuester Technik werden die Leichen gefunden. Einer Altmanis wird zu 23 Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize Petro Krylov bekommt lebenslänglich. Die Anführer Yuri Mikkel und Julius Kedmovers werden wegen Entführung und Ermordung aller fünf Opfer schuldig gesprochen. Beide Männer waren sich sicher, nie erwischt zu werden. Am Ende werden sie zum Tode verurteilt. Das waren die ersten Todesurteile seit 50 Jahren, die von einer Jury im Bezirk von Kalifornien verhängt wurden. Am Ende hat die Technik uns ans Ziel gebracht. Nur so konnten wir alle Opfer finden und identifizieren. Hätten wir sie nicht geborgen, aber gewusst, dass sie irgendwo auf dem Grund dieses riesigen Sees liegen, diese Ungewissheit wäre für die Familie nicht zu ertragen gewesen. Und vor Gericht hätten wir kaum eine Chance gehabt. Und das, daraus ziehen sie auch wirklich Genuss. Und das wird wirklich zu einem zentralen Punkt ihres Lebens. Gordon bestreitet, jemals im Haus von Margaret E.B. gewesen zu sein. Dann konfrontieren ihn die Beamten mit dem Fingerabdruck. Wissen Sie, woher der Abdruck stammt? Nein. Er stammt aus dem Bad, neben dem Schlafzimmer, in dem Margaret E.B. gefunden wurde. Das Haus, in dem Sie nie gewesen sein wollen. So, Jeff, es gibt keine Zweifel. Sie sind die Person, die für alles verantwortlich ist. Die Frage, die beantwortet werden muss, ist, warum? Und was können wir tun, um Ihnen zu helfen? Da gibt es kein Warum, weil ich es nicht gewesen bin. Danke, ich möchte jetzt meinen Anwalt sehen. Ich weiß, dass ich nichts getan habe. Als Gordon nach seinem Anwalt fragt, stoppt das Verhör. Vorher nehmen die Ermittler noch seine DNA. Die DNA-Analyse bestätigt, was der erste Test vermuten ließ. Jeffrey Gordon hat Nancy Ludwig und Margaret E.B. sexuell missbraucht und vermutlich auch ermordet. Während der Auswahl der Geschworenen zeigt Gordon auffälliges Interesse an einer Frau, die den beiden Mordopfern sehr ähnlich sieht. Er starrte immer in die Richtung, in der diese Frau saß. Sie trug einen Rock. Er war total auf diese Frau fixiert und wand sich auf seinem Sitz. Das war das Seltsamste, was ich je gesehen habe. Und ich dachte, na, das wird ein spaßiger Prozess. Die Ankläger vermuten, dass Gordon durch eine unverschlossene Tür in Margaret E.B.'s Haus eingedrungen ist und dort auf sie gewartet hat. Als sie von einer Dinnerparty zurückkehrt, ermordet er sie. Nach der Tat wäscht Gordon sich im Badezimmer und vernichtet die meisten Beweise. Er hinterlässt jedoch den Fingerabdruck seines rechten Daumens am Wasserhahn. Fünf Jahre später schlägt Gordon erneut zu, dieses Mal in Detroit. Vermutlich ist er auf Stewardessen versessen. Er fährt zu einem Hotel nahe des Flughafens und wartet in der dritten Etage. Nach der Tat duscht er, wechselt seine Kleidung und stiehlt Nancys Sachen, vermutlich als Trophäe. Klagepunkt 1. Sie haben sich der Ausübung und der versuchten Ausübung eines kriminellen sexuellen Angriffs zu verantworten. Jeffrey Gordon wird des Mordes an Nancy Ludwig und Margaret E.B. schuldig gesprochen. Er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Ich habe Angst vor ihm. Ich bin froh, dass er für den Rest seines Lebens hinter Gittern sitzt. Er ist die absolut furchteinflößendste Person, der ich je begegnet bin, weil er unberechenbar, weil er verschlossen und weil er so gewöhnlich ist. Der Schriftsteller Tom Henderson hat ein Buch über den Fall geschrieben. Er vermutet, dass es noch weitere Opfer gibt. Mein Gefühl sagt mir, dass jemand eines Tages eine DNA-Probe überprüft und Jeffrey Gordons Name ausgespuckt wird. Es könnten mehr sein als ein oder zwei Opfer. Es könnten einige sein. Meistens sind es Fingerabdrücke oder etwas ähnlich Grundlegendes, die man braucht, um einen Fall zu lösen. Nicht immer hilft Hightech, wie zum Beispiel DNA. Ohne die Wissenschaft und deren neue Technologien wären beide Morde ungelöst geblieben. Wahrscheinlich sogar für immer. Als ein Bootskapitän nach einem heftigen Sturm tot aufgefunden wird, sagen einige, es war ein tragischer Unfall. Ein Augenzeuge behauptet, es war Mord. Doch erst diese Videoaufzeichnung wirft die Frage auf, wer sagt tatsächlich die Wahrheit. Venice, Louisiana. Hier findet das Leben um das Wasser herum statt. Die kleine Stadt ist der Ort, an dem der Mississippi in den Golf von Mexiko mündet. Einheimische nennen es das Ende der Welt. Jeder kennt das Geschäft des Anderen. Gute wie Schlechte. Einige Leute mögen es, einige nicht. Ich mag es. Viele Leute aus Venice verdienen ihr Geld mit dem Shrimp-Fischen. Das ist harte, gefährliche Arbeit. Die See kann dabei Freund und Feind sein. Es ist rau. Und die Leute sind rau. Das ist keine freundliche Gemeinde. Es gibt Spannungen. Es gibt Ärger zwischen den Freizeitanglern und den Vollzeitfischern, die davon leben. Im Juli 2000 beutelt ein Sturm die Küste Louisianas, während die Fischerboote noch auf dem Meer sind. Alle kommen mehr oder weniger sicher zurück. Außer eines. Kapitän Raymond Leiker, genannt Tinky, und sein Schiffsjunge Alvin Latham werden mit ihrem Boot namens The Bandit vermisst. Die Küstenwache wird alarmiert und sucht in der Gegend, aus der Tinky seinen letzten Funkspruch abgesetzt hat. Sie findet nichts. 14 Stunden später zieht ein vietnamesischer Trawler einen Mann aus dem Golf, der sich an ein Stück Holz geklammert hat. Es ist Alvin Latham, der Schiffsjunge. Er ist erschöpft, jedoch unversehrt. Beim Verhör durch die Küstenwache erzählt Alvin eine schreckliche Geschichte. Er behauptet, der Sturm sei schnell gekommen und habe ihn und Tinky völlig unvorbereitet getroffen. Der Wind hatte uns erfasst und wir schleuderten übers Deck. Meterhohe Wellen brechen über den Bug, die Fangnetze sind noch im Wasser, als das Boot Schlagseite bekommt. Es schien, als würden wir sinken. Er funkte Mayday, Mayday. Bei dem Versuch, die Netze einzuholen, verfängt Tinky sich mit seinem Fuß. Alvin behauptet, er habe verzweifelt versucht, den Fuß zu befreien, doch ohne Erfolg. Er sagte, er würde es nicht schaffen und bat Gott, seinen Sohn zu beschützen. Tinky fordert Alvin auf, er solle versuchen, sich zu retten. Ich sagte zu ihm, dass ich versuchen werde, Hilfe zu holen. Dann begann ich zu schwimmen. Nur wenige Augenblicke, nachdem Alvin das Boot verlassen hat, kentert es. Das Boot begann zu sinken. Alvin behauptet, er habe ein Stück Holz zu fassen bekommen und sei 14 Stunden bis zu seiner Rettung geschwommen. Ich habe alles versucht, um meinen Kopf über Wasser zu halten. Das Schwimmen kam mir wie eine Ewigkeit vor. Das war seine Geschichte. Er versuchte, seinen Kapitän zu retten. Das war rührend und reizend. Das hätte jedem passieren können. Doch Alvin will keine Lorbeeren. Ich sehe mich nicht als Held. Es misslang, was ich tat. Ich konnte keine Hilfe für ihn holen. Einige Tage später findet die Küstenwache Tinkys Leiche im Golf von Mexiko. Alvin Latham bleibt weiterhin bei seiner Aussage, es sei ihm nicht möglich gewesen, Tinky zu retten. Er ging herum und erzählte, was er für ein Held wäre. Er habe den Sturm überlebt und solche Sachen. Doch als der Corona, der Leichenbeschauer, seine Routineuntersuchung macht, findet er Hinweise, die Alvins Geschichte widersprechen. Er hatte Verletzungen am Kopf und sein linker Arm war teilweise amputiert. Der Corona findet außerdem fünf Stichwunden an den Armen. Das könnten Abwehrverletzungen sein, wie sie bei einem Messerangriff entstehen. Abwehrverletzungen finden sich typischerweise im Bereich der Arme. Und zwar dann, wenn das Opfer versucht, Schläge, Stiche oder Ähnliches abzuwehren. Und wir unterscheiden dann zwischen aktiven und passiven Abwehrverletzungen. Bei den passiven eben dann, wenn man die Arme zum Schutz hochnimmt. Zudem findet der Corona stumpfe Verletzungen am Schädel des Toten. Tinky Leichers Tod wird daraufhin zum Mord erklärt. Jemand hat Raymond Liker getötet. Alvin Latham war der Einzige, von dem wir wissen, dass er auf dem Boot war. Als Alvin nach seiner Rettung von der Küstenwache interviewt wurde, hat er nichts von Stichwunden oder einer Kopfverletzung gesagt. Deshalb bittet ihn die Polizei ins Präsidium, um diese Diskrepanz zu erklären. Dann begann sein Weg ins Gefängnis. Er sagte, ihr habt die Leiche gefunden. Ich antwortete, ja, haben wir. Dann bin ich wohl in Schwierigkeiten. Die Ermittler zeichnen das Verhör auf. In Alvin Lathams erster Version hatte sich sein Kapitän im Netz verwickelt. Das Boot ist gesunken und er ist daneben geschwommen und hat es untergehen sehen. Er war unter Wasser und ich begann zur ersten Plattform zu schwimmen, die ich kriegen konnte. Die Polizisten informieren Alvin, dass seine Version der Geschichte nicht mit den forensischen Beweisen übereinstimmt. Er hatte mehrere Stichwunden an seinem Körper. Warum? Warum haben Sie ihn verletzt? Ich habe ihn nicht verletzt. Raymond Likers Fuß steckt in dem Netz und er geht nicht mit dem Boot unter? Haben Sie ihn umgebracht? Nein. Gut, dann muss ich Sie nicht einsperren, aber ich will wissen, was passiert ist. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu erzählen. Gut, wer hat ihn getötet, wenn ich ziehe? Ich weiß es nicht. Nach fünf Stunden Verhör und weiteren drei am folgenden Tag beginnt Alvin seine Geschichte zu verändern. Alvin sagte Dinge wie, er fühle sich nicht mehr wohl bei Raymond Liker. Er erzählte Begebenheiten, die ihm auf dem Boot passiert sein sollen. Raymond soll einmal sein Bein berührt haben, das sei ihm unangenehm gewesen. Ich denke, letztlich hatten wir ihn soweit. Wir näherten uns der Wahrheit. Dann begann er uns von der Messerstecherei zu erzählen. Jetzt sagt Alvin aus, er habe Angst um sein Leben gehabt, als das Wasser über den Bug schwappte. Und an Bord gab es nur eine Rettungsweste. Um an die Weste zu kommen, habe er gewartet, bis Tinky ihm den Rücken zugedreht hat. Dann habe er ein Rohr genommen und zugeschlagen. Wie oft haben Sie ihn mit dem Rohr geschlagen? Nur einmal. Einmal. Dann behauptet Alvin, Tinky sei hinter ihm her, als er versucht habe, die Weste zu nehmen. Daraufhin habe er zu seiner Verteidigung ein Messer benutzt. Ich glaube, ich habe ihn fünfmal in den Arm gestochen. Und dann ging er über Bord. Sagen Sie die Wahrheit? Aufgrund seines Geständnisses wird Alvin Latham des Mordes angeklagt. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Nicht viele Fälle beginnen mit jemandem, der ein Held ist und dann innerhalb von zwei oder drei Tagen zum Bösewicht wird. Er war ein Mörder. Ist Alvin Latham tatsächlich ein Killer? Oder gibt es eine andere Erklärung für sein Geständnis? Während Alvin Latham im Gefängnis auf seinen Mordprozess wartet, wird in Venice diskutiert, was wirklich in der Nacht passiert sein könnte, als Tinky Leiker starb. Jeder diskutierte, zwei Personen, eine Rettungsweste. Würde ich verzichten? Sie denken, Sie würden verzichten, aber würden Sie wirklich? Da Alvin ein Mann mit beschränkten finanziellen Mitteln ist, erhält er durch das Gericht einen Pflichtverteidiger, Peter Barbie. Barbie kann nicht verstehen, warum Alvin seinen Kapitän wegen einer Rettungsweste getötet haben soll. Bei seiner Rettung am nächsten Tag hat er nämlich keine getragen. Ich sagte zu Alvin, was immer du machst, erzähl mir die Wahrheit. Wenn du es warst, in Ordnung, dann finden wir eine Lösung, damit umzugehen. Doch was immer du tust, sag mir die Wahrheit. Jetzt erzählt Alvin seinem Anwalt, dass er Tinky nicht getötet hat. Er kehrt zu seiner ersten Version zurück, die er am Tag nach dem Sturm der Küstenwache erzählt hat. Demnach war Tinkys Tod doch ein Unfall. Ich hatte den Geschworenen zu beweisen, dass er schutzlos war und deshalb etwas gestanden hat, was er nicht getan hat. Sie glauben gar nicht, wie weit verbreitet die Meinung in der Bevölkerung ist, dass niemand etwas gesteht, was er nicht auch getan hat. Warum sollte man etwas gestehen, was man nicht getan hat? Um das herauszufinden, zeigt Barbie das 8-stündige Verhör Dr. Jill Hayes, einer forensischen Psychologin von der LSU School of Medicine. Komm Alvin, was ist passiert? Alles, was du sagst, stimmt nicht. Weißt du etwas? Du kannst nicht 14 Stunden schwimmen, Alvin! Ich war wirklich sehr ärgerlich. Es war offensichtlich für mich als Profi, dass Erwin sehr langsam war und das nutzten sie aus. Dr. Richard Leo, Professor für Kriminologie und Psychologie an der Universität von Irvine, stimmt ihm zu. Das ist eine wirklich schreckliche Vernehmung. Ich denke, das ist falsche, armselige Polizeiarbeit. Die Ermittler, die dieses Verhör durchgeführt haben, sollten neu geschult werden und dennoch nie wieder die Erlaubnis erhalten, ein Verhör zu führen. Während des ersten Tages der Vernehmung bestreitet Alvin noch, Tinky getötet zu haben. Komm Alvin, was machst du? Sag was, erklär es! Man konnte ganz deutlich die enorme Einschüchterung sehen. Über 100 Mal hat Alvin gesagt, dass er es nicht war. Er hat betont, dass er es nicht getan hat. Warum hast du ihn verletzt? Hab ich nicht. Warum hast du ihn verletzt? Hab ich nicht. Hier Autopsie beweist es. Du hast ihn mit etwas an die Kehle geschlagen oder auf den Kopf. Du hast nichts falsch gemacht? Ich glaube das nicht. Die Polizisten sagten, Alvin, bis du uns nicht sagst, was wir hören wollen, kannst du nicht nach Hause gehen. Es kann wirklich sein, dass der Druck eines Polizeiverhörs dazu führt, dass der Betroffene eigentlich nur noch raus will. Er ist ja so geschockt auch und kommt gar nicht mehr zurecht. Und dann sagt man, ich gestehe jetzt erstmal alles, was die wollen. Das wird sich im Nachhinein dann schon klären. Also es wird gar nicht abgesehen, welche Konsequenzen das langfristig haben kann, sondern der Betroffene will nur noch raus und sagt dann auch Sachen, um dieses Ziel zu erreichen. Genau deshalb beginnt Alvin am zweiten Tag der Vernehmung, Dinge zu wiederholen, die ihm die Ermittler erzählen. Das ist eines der feindseligsten Verhörer, das ich je gesehen habe. Es gibt nur eine Rettungsweste. Du willst sie und dir ist scheißegal, ob er lebt oder stirbt. Er hat nicht gebetet. Du hast uns angelogen. Verhörbeamte im ganzen Land sind geschult, nicht feindselig zu wirken oder sie widersetzen sich den Vorgaben. Experten sagen zudem, Hinweise auf ein falsches Geständnis sind Dinge, die den gesicherten Beweisen widersprechen. Das klingt unglaubwürdig. Haben Sie ihn tatsächlich mit einem Hammer geschlagen? Ich weiß es nicht mehr. Wissen Sie doch, er war im Wasser und Sie haben ihn geschlagen. Mit was? Vielleicht mit einem Brett. Vielleicht ein Brett? Haben Sie ihn mit dem Brett geschlagen oder haben Sie ihn nicht mit dem Brett geschlagen, Alvin? Ich weiß es nicht. Er war im Wasser und Sie am Heck des Bootes. Was passierte? Sie sind soweit, Alvin. Erzählen Sie den Rest der Geschichte. Ich kenne den Rest der Geschichte nicht. Natürlich kennen Sie ihn. An einem Punkt sagte Alvin, ich schlug ihn mit einem Schraubenschlüssel. Sie sagten, da war kein verdammter Schraubenschlüssel auf dem sinkenden Schiff. Er sagte, ein Hammer? Es war kein Hammer auf dem Boot. Ein Rohr? Okay, ja, das kann sein. Du hast ihn also mit einem Rohr geschlagen. Ich meine, so haben Sie die Geschichte aus ihm rausgeholt. Das ist offensichtlich dumm. Was sie nicht mitbekommen war, dass er keine Erinnerung an das hatte, was sie ihm anboten. Letztlich gab er Klein bei und akzeptierte. Deshalb wählte er deren Sprache. Die Wissenschaftler entdecken zudem, dass Alvin einen niedrigen IQ hat. Es gibt Personen, die sind besonders leicht beeinflussbar, sage ich mal. Das kennen wir zum Teil von Kindern. Wir kennen es auch von Leuten mit einem geringen Selbstwertgefühl, die sehr stark sich von anderen innerlich abhängig machen. Immer gucken, was denken die über mich und die dann auch schneller übereinstimmen, obwohl es gar nicht so war. Und es gibt manchmal auch Leute, die einfach intellektuell unterlegen sind, die dann auch schneller auf solche taktischen Tricks, auch unter Druck setzen, reinfallen und eben dann schneller Geständnisse ablegen. Falsche Geständnisse kommen vor. Eines der bekanntesten gab es bei einem Fall in England, als der Teenager Richard Buckland den Mord an einem jungen Mädchen gesteht. Erst ein DNA-Test beweist seine Unschuld. Die meisten Leute können nicht verstehen, warum jemand ein falsches Geständnis ablegt. Doch es ist empirisch gesichert, dass es sie gibt. Sie sind dokumentiert. Viele sind dokumentiert. Und so ist nicht die Frage, ob sie passieren, sondern warum. Und was man zu deren Minimierung machen kann. Die meisten Personen, die von der Polizei verhört werden, wissen nicht, dass sie die Vernehmung jederzeit verlassen können. Man muss sich nicht mit unbarmherzigen Fragen konfrontieren lassen. Doch den Geschworenen zu erklären, warum jemand eine Tat gesteht, die er nicht begangen hat, ist immer schwierig. Geständnisse vertuschen löchrige Beweise, ungenaue Recherchen, einfach alles. Wenn man jemand verurteilen will, ist das Beste, man hat ein Geständnis. Ich habe nur noch dem zugestimmt, was sie sagten, um sie aus meinem Rücken zu bekommen. Ich wusste, sie würden mit der Befragung aufhören, sobald ich mit ihnen übereinstimmte. Das Leben ist sehr hart zu Elvin und ich will verdammt sein, wenn ich dem System dabei zuschaue, wie es ihn überrollt, um korrupte, dumme Kops zu decken. Das ist die einzige Möglichkeit, es zu beschreiben. Peter Barbie ist davon überzeugt, dass Elvin Lathams Geständnis erzwungen ist. Doch warum hat der Coroner Tinkys Tod als Mord bestimmt? Beim Lesen des Autopsieberichtes entdeckt Barbie, dass der Coroner die Tiefe der Wunden nicht aufgezeichnet hat. Der Coroner hat sie nie gemessen, nie seziert, nie auf den Winkel untersucht. Dr. Cyril Wecht, ein unabhängiger Rechtsmediziner, glaubt schon anhand der Fotos zu erkennen, dass es sich nicht um Stichwunden handelt. Man würde erwarten, dass alle oder mindestens einige Wunden eine signifikante Tiefe haben. Das hatten wir in diesem Fall aber nicht. Ich glaube nicht, dass das Stichwunden sind. Bei Stichverletzungen findet man eine ganz typische Wundmorphologie. Bei einschneidigen Messern mit einer glatten Klinge findet man, wie wir sagen, geradlinig glattrandige Wundränder. Und man kann, wenn es sich um ein einschneidiges Messer handelt, anhand der Wundwinkel auch noch sagen, wo der Messerrücken bzw. die Messerklinge gewesen ist. Doch was sind es dann für Wunden? Stellen Sie sich einen Propeller vor. Ein Teil davon trifft auf eine Leiche. Es ist sehr leicht zu verstehen, wie es zu dieser Art von Verletzungen gekommen ist. Dr. Wecht vermutet, dass dies auch die Verletzungen an Tinkys Kopf verursacht hat. Die treibende Wasserleiche wurde womöglich von einem Schiff überfahren. Ich glaube, das ist die plausibelste Erklärung. Die augenscheinlichen Verletzungen an Mr. Leiker sind post mortem entstanden, während die Leiche fünf Tage im Golf herumtrieb. Interessanterweise bestätigt der Kapitän, der Tinkys Leiche geborgen hat, diese Theorie. Er sagte, ich bin seit langem Kapitän und dies ist nicht meine erste Leiche. Er war überzeugt, dieser Mann ist von einem Schiff überfahren worden. Und der Kapitän erzählt Barbie noch etwas, das nie publik gemacht wurde. Er sagte, er hatte einen Schuh an und einen Schuh aus. Meine Alarmglocke ging an, weil das war Elvins ursprüngliche Geschichte. Tinky war am Ende mit dem Schiff untergegangen, weil er seinen Fuß unter einem Ankertau eingeklemmt hatte. Das war wie bei Sherlock Holmes. Der Mann mit dem einen Schuh. Sie brachten ihn in Beziehung mit der Version der Geschichte, dass der Fuß unter dem Netz steckte. Das ist als Begründung gut und erklärt, warum ein Schuh an war und einer aus. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse ist Peter Barbie davon überzeugt, dass die Schlussfolgerung des Coroners falsch ist. Wir hatten einen inkompetenten Coroner, das ist noch höflich ausgedrückt. Diese Wunden verrieten mir, dass die erste Version von Mr. Latham die korrekte war. Mr. Likers Leiche hatte keine Wunden von Alvin Latham zugefügt bekommen. Als Alvin wegen Mordes vor Gericht steht, spielt die Anklage den Geschworenen nur das Geständnis vor. Erst später schauen sich die Geschworenen die komplette achtstündige Vernehmung an. Du warst es. Wie hast du es gemacht? Ich war es nicht. Du hast ihn geschlagen und seinen Mund mit Klebeband bedeckt. Ich habe ihn nicht geschlagen. Wie ist es passiert? Ich weiß es nicht. Jeder, der dieses Band anschaute, sah, was passierte. Niemand konnte ihm helfen. Seien Sie überzeugt, das war ein extremer Fall von Polizeibrutalität. Vom Pathologen der Verteidigung hören die Geschworenen, dass Tinkys Tod ein Unfall ist. Und Alvin Latham betritt zu seiner eigenen Verteidigung den Zeugenstand. Dort wiederholt er die Geschichte, die er der Küstenwache bei seinem ersten Verhör erzählt hat. Nach sechs Stunden Beratung kommen die Geschworenen mit ihrem Urteil zurück. Nicht schuldig. Mit der modernen Technologie von heute und mit all den klugen Leuten im Hintergrund wusste ich, dass ich eine Chance habe. Wenn man die Beweise betrachtet und die Forensik an sich, was hat sie uns bewiesen? Alvin hat die Wahrheit gesagt. Unglücklicherweise wollte sie niemand hören oder glauben. Sie haben ihn so lange gedrängt, bis er mit etwas kam, was sie glauben wollten. Abgenommen haben sie ihm das, weil sie ihn selbst dorthin geführt haben. Alvin arbeitet mittlerweile als Regalauffüller im Supermarkt. Der Mann, der Alvins Verhör geführt hat, glaubt, dass die Geschworenen einen Fehler gemacht haben. Nicht jeder kann ein netter Kerl sein und niemand gesteht ein ernsthaftes Verbrechen. In all den Jahren meiner Erfahrung habe ich niemanden kennengelernt, der ohne Verhör sagt, weißt du, ich gestehe das Verbrechen. Die Taktik ist wichtig, die du benutzt, um ein Geständnis zu erreichen. Peter Barby meint, Verhöre sind dazu da, um die Wahrheit zu erfahren und nicht, um ein Geständnis zu erzwingen. Er wollte sich Alvin vorknöpfen. Er sollte mal zu mir kommen. Und das kannst du senden, denn das zeigt, wie beschissen ich finde, was er gemacht hat. Er ist ein Tyrann und Dreckskerl. Das plötzliche Verschwinden eines millionenschweren Immobilienhändlers in Las Vegas ist äußerst verdächtig. In seinem Testament deutet er an, dass ihm etwas Schreckliches zustoßen könnte. Ein Taucher, ein Ballistiker und ein Pizzabote bringen die Wahrheit ans Licht und belegen, dass sich seine dunkle Vorahnung bestätigt hat. Alle 20 Minuten entsteht in Las Vegas ein neues Haus. Die Wachstumsrate dieser Stadt ist eine der höchsten in den USA. Und genau davon profitiert Ron Rudin. Er baut Eigenheime in den Vororten von Las Vegas. Cold Creek war ein wunderschönes Baugebiet. Die Leute konnten dort ein Stück Land auf 2000 Meter Höhe kaufen. Dadurch wohnten sie in einer Gegend, in der es im Sommer im Schnitt 15 Grad kühler ist. Trotz seines Erfolges ist Ron Rudin nicht überall beliebt. Er hat Menschen zur Räumung ihrer Häuser gezwungen. Wenn sie ihr Darlehen nicht bezahlen konnten, mussten sie gehen. Daher gab es viele Leute, die Ron Rudin nicht mochten. Um sich zu schützen, trifft er strenge Sicherheitsvorkehrungen. Ron lebte verschanzt, wie in einer Festung, eingezäunt mit Stacheldraht und Wachhunden auf dem Grundstück. Er besaß ein ausgeklügeltes Alarmsystem und hatte eine riesige Sammlung von Pistolen, Gewehren und anderen Waffen im Haus. An einem Montagmorgen im Jahr 1994 kommt Mr. Rudin nicht zur Arbeit. Das erste Mal in 20 Jahren. Als er eine halbe Stunde vor Öffnungszeit immer noch nicht da war, wussten die Angestellten, dass etwas nicht stimmt. Auch aufgrund der Tatsache, dass er nur 10 Meter entfernt von seinem Büro wohnt. Ron war niemand, der einfach verschwindet und seine Geschäfte unbeaufsichtigt lässt. Rons fünfte Frau, Margaret, ruft die Polizei und meldet ihren Mann als vermisst. Sie behauptet, er sei letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Seit dieser Nacht war Ron Rudin wie vom Erdboden verschluckt. Es gab keine Abbuchungen von seiner Kreditkarte. Er wurde nirgends gesehen und auch sein Handy blieb unbenutzt. Eine Woche später findet die Polizei sein Auto auf dem Parkplatz eines Nachtclubs. Direkt am Strip, der Vergnügungsmeile von Las Vegas. Der Wagen wurde vom Nachtmanager des Strip-Lokals gefunden. Ein ehemaliger Polizeibeamter von Las Vegas, der wegen Verbindungen zum Milieu unehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Das legte die Vermutung nahe, ob es vielleicht einen Zusammenhang zwischen organisiertem Verbrechen und dem Verschwinden gibt. Im Wagen finden die Beamten Schlamm und Blutspuren. Das Blut ist für eine DNA-Analyse allerdings unbrauchbar. Blutspuren sind immer dann nicht mehr gut analysierbar, wenn sie entweder zersetzt sind durch Licht hauptsächlich oder Säure oder Basen oder irgendwelche Reinigungsmittel. Dann wird die Erbsubstanz, die darin ist, zerstört. Oder aber, wenn man einfach drüber trampelt oder sie mechanisch zerstört, das heißt wegwischt, reintritt, bevor sie sich richtig geformt und ausgetrocknet haben. Oder sie halt auf irgendeine andere Art wirklich für immer beseitigt. Die Ermittler nahmen an, dass er in seinem Wagen oder im Kofferraum des Wagens transportiert wurde. Doch die forensische Analyse des Schlamms gibt keinen Aufschluss darüber, woher die Erdreste stammen. Etwa einen Monat später macht ein Tramper in der Nähe des Lake Mojava eine grausige Entdeckung. Er findet einen menschlichen Schädel. Der Schädel war gut erhalten und lag ca. 18 Meter von einer verkohlten Stelle entfernt. Dort fanden wir außerdem eine Menge Asche, Schutt und menschliche Überreste. Nicht weit entfernt liegt ein goldenes Armband. Die drei Diamanten besetzten Buchstaben ergeben den Namen Ron. Es lag da, als ob es gefunden werden sollte. Sie haben mir kurz geschildert, wie sie ihn gefunden haben und in welchem Zustand. Es hat mir das Herz gebrochen. Dieser Mann arbeitete so hart, war gut zu so vielen Menschen. Und das ist es, was von ihm übrig bleibt. Die Vermissten-Suche wird nun zu einer Mordermittlung. Dass es sich bei dem am Lake Mojava gefundenen Schädel tatsächlich um das Haupt von Ron Rudin handelt, wird durch die Analyse des Zahnstatus belegt. Zudem entdeckt der Gerichtsmediziner mehrere Löcher im Schädel. Dem Immobilienmakler wurde mit einer Pistole Kaliber .22 viermal in den Kopf geschossen. In der Nähe des Fundortes ist eine Feuerstücke. Die Untersuchung der Bodenproben ergibt, dass hier der Körper von Ron Rudin eingeäschert liegt. Wenn es einmal drängt, sorgt das Körperfett dafür, dass es nicht mehr aufhört. Wie bei einem Stück Grillfleisch. Das hört sich unappetitlich an, gehört aber dazu, wenn man beweisen will, was passiert ist. In der Feuerstelle liegen außerdem mehrere Metallstreifen und Teile, die wie das Schloss eines Koffers aussehen. Für die Ermittler ist klar, diese Tat hat nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun. Es sollte so aussehen, als ob irgendeine Bande dahinter steckt. Und die Tatsache, dass Rons Auto nach seinem Verschwinden hinter dem Strip-Lokal gefunden wurde, verstärkte dieses Gefühl. Ein Blick in Rons Vergangenheit bringt einige Verdächtige zum Vorschein. Ron war ein Lebermann. Ein Spieler, Freunden und Verwandten zufolge unterhielt er Affären mit anderen Frauen. Dennoch ist das sicherlich kein Grund, ihn dafür umzubringen. Aber Menschen werden für weniger getötet. Sue Lyles ist eine der Frauen, mit der Ron angeblich eine Affäre hat. Sie erzählt der Polizei von einem Brief, den ihre Kinder kurz vor dem Tod des Maklers erhalten haben. Eure Mutter macht mit Ron rum und verheimlicht das vor seiner Frau und ihrem eigenen Mann. Bereitet euch auf einen riesigen Skandal vor. Als Ron den Brief liest, wird er schrecklich wütend. Er ist überzeugt, dass seine Frau Margaret ihn geschrieben hat. Margaret bestreitet aber etwas damit zu tun zu haben. Eine Hausdurchsuchung bei den Rudins bringt nichts Verdächtiges zum Vorschein. Allerdings stoßen die Ermittler auf etwas sehr Interessantes in Margaret Rudins Antiquitätengeschäft. Wir fanden Knittungen über den Kauf von zwei Überseekoffern. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir bereits, dass die Leiche in dieser Art Behältnis gelegen hatte. Ich sah, dass einer der Koffer an Margarets Schwester gegangen war. Über den zweiten gab es weder einen Verkaufsbeleg, noch war er irgendwo im Laden zu finden. In Rons Testament entdecken die Beamten einen weiteren Hinweis. In seinem Testament hinterließ Ron einen Hinweis zur Lösung des Mordes. Sollte er eines gewaltsamen Todes sterben, schrieb er vor allem durch eine Schusswaffe, wünschte er sich eine genaue Untersuchung des Falles. Und man sollte das Augenmerk auf diejenigen richten, die von seinem Tod profitieren. Einen großen Teil seines Geldes vermachte er Freunden, Arbeitskollegen und Menschen, zu denen er eine enge Bindung hatte. Sein Tod hat sie alle reich gemacht. Aber auch schon zu Lebzeiten war er ein sehr großzügiger Mensch. Margaret, seine fünfte Ehefrau, erbt den größten Anteil, knapp sieben Millionen Dollar. Als herauskam, dass so viel Geld im Spiel war, hat uns das alle geschockt. Die Polizei kann bei ihrer Hausdurchsuchung nichts Verdächtiges feststellen. Doch ein Raumpfleger, der wenige Tage nach Rons Verschwinden in dem Haus arbeitet, erzählt von auffälligen Dingen. Er arbeitete für Margaret, half ihr beim Aufräumen und Putzen. Sie sagte zu ihm, schmeiß die Matratze und das Bett weg und reiß den Teppich raus. Er entdeckte eine getrocknete, verkrustete Masse im Teppich und war sich sicher, dass es Blut ist. Der Raumpfleger hilft Margaret dabei, das Schlafzimmer in ein Büro umzubauen. Obwohl der Raum völlig neu dekoriert und umgeräumt ist, wollen ihn die Beamten auf beseitigte Blutspuren untersuchen. Nach der Luminolbehandlung strahlte er wie die Milchstraße. Es leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Hier musste der Mord passiert sein. Einer der Ermittler ging mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck durch den Raum. Dann sagte er, wow, ich glaube, hier war ich schon mal. Und er hat recht. Vor 20 Jahren hat sich Rons zweite Ehefrau Peggy in diesem Schlafzimmer erschossen. Jetzt stellt sich den Beamten die Frage, ob es Rons Blut ist, das an Decke und Wänden klebt, oder das seiner Frau, die hier ihren Selbstmord verübt hat. Die Antwort auf diese Frage gibt ein Foto von Ehefrau Nummer 5. Es hängt an der Wand, genau über der Stelle, an der vorher das Bett gestanden hat. Die Ermittlungen im Mordfall des millionenschweren Immobilienhändlers Ron Rudin konzentrieren sich zunächst auf seine Ex-Frauen und Geschäftspartner. Sie nahmen viele Leute unter die Lupe, Menschen, die mit Ron zusammenarbeiteten, Ex-Frauen, Verwandte. Aber es kam nichts dabei heraus. Im ehemaligen Schlafzimmer von Ron Rudin sind durch Numinol abgewischte Blutspritze an Decke und Wänden zu erkennen. Welche Aussagekraft eine Blutspur haben kann und was für eine Rolle die Verteilung und Form der Spritzer spielt, weiß Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke. Blutspuren werden vor allen Dingen darauf untersucht, aus welchem Winkel sie aufgetroffen sind, in welcher Reihenfolge sie aufgetroffen sind und welche Eigenschaften sie haben. Im Sinne von, sind es Kontaktspuren, die irgendwie durch direkte Übertragung an die Wand oder sonst wo hingelangt sind oder sind sie durch die Luft geflogen. Und dann versucht man das Ganze mit verschiedenen möglichen Geschehensweisen so gut in Einklang zu bringen, wie es geht. Und wenn man Glück hat oder wenn man eben das richtige Szenario erkannt hat, dann passt es eben wie die Faust aufs Auge. Mike Perkins untersucht die wenigen noch verwertbaren Blutstropfen unter dem Mikroskop. Wir messen die Breite und Länge der Flecken und mit einer einfachen mathematischen Form können wir dann den ungefähren Aufprallwinkel der Tropfen auf der Oberfläche bestimmen. Laut Perkins spritzt das Blut mit einer hohen Geschwindigkeit an die Wand. Blutspuren können relativ schnell beschleunigt sein oder sie können relativ langsam beschleunigt sein. Das heißt, je nachdem wie stark ich in eine Blutungsquelle hineinschlage, umso mehr Energie wird übertragen, umso schneller fliegt der Blutstropfen. Das hat aber viele Konsequenzen. Zum Beispiel zersplittert sich das Blut dann leichter in der Luft. Das heißt, es teilt sich schneller durch den Luftwiderstand in mehrere Tropfen auf. Die Tropfen werden also kleiner oder sind von Anfang an kleiner. Und zweitens können sie weiter fliegen eventuell. Drittens können sie auch an Stellen, an denen ein langsam beschleunigter Blutstropfen eine Art Ausrufezeichen formen würde, können sie immer noch eine runde Spur formen. Die Schüsse erfolgten aus zwei Richtungen. Drei werden von der rechten Bettseite abgefeuert und einer von der linken. Sämtliche Ex-Frauen von Rubin geben zu Protokoll, dass er immer mit der rechten Gesichtshälfte auf dem Kissen gelegen hat. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Gerichtsmediziner vier Schusslöcher in der linken Schädelhälfte findet. Als wir den Kopf in Rons Schlafposition legten, stimmten die Löcher und die Richtung der Schusswunden perfekt mit dem Spritzmuster des Blutes an Wand und Decke überein. Aber um wessen Blut handelt es sich? Der Haushalter erzählte uns, dass Ron sich jeden Morgen rasierte. Schnitte er sich dabei, tupfte er das Blut mit einem Stofftaschentuch ab. Im Badezimmer entdecken die Ermittler das besagte Taschentuch. Sie vergleichen das Blut aus dem Tuch mit dem, das sich an Wänden und Decke befindet. Es stimmt überein. Die wenigen Abweichungen in der DNA-Analyse ließen trotzdem keinen Zweifel zu. Es war Rons Blut. Im ehemaligen Schlafzimmer hängt genau über der Stelle, an der das Bett stand, ein Foto von Margaret Rudin. Es scheint so, als ob auf dem Bild eine Flüssigkeit entfernt wurde. Die Polizeibeamten glauben, dass es sich dabei um Blut handelt. Aufgrund der forensischen Beweise wird Margaret Rudin zur Hauptverdächtigen und soll verhaftet werden. Mein Partner rief ihren Anwalt an und sagte ihm, dass wir Anklage gegen seine Mandantin erheben und fragte, stellt sie sich freiwillig oder müssen wir sie holen? Er sagte nur, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie war weg, verschwunden für lange Zeit. In den darauf folgenden Jahren gibt es immer wieder Hinweise, dass Margaret sich erst in Arizona versteckt, später dann in Mexiko. Doch stets entwischt sie. Margaret versteckte sich sehr geschickt. Sie trug Verkleidungen und wechselte die Haarfarbe. Sie besaß verschiedene Identitäten und Diplome. Sie war keine 0815-Verbrecherin, die vor dem Gesetz flieht. In der Zwischenzeit macht ein Taucher einen interessanten Fund. Er fischt eine in Stoff gewickelte Pistole vom Grund des Lake Matt. Der See liegt ca. 70 Kilometer außerhalb von Las Vegas. Die Waffe, auf der ein Schalldämpfer montiert ist, wird der Polizei von Las Vegas ausgehindigt. Torrey Johnson reinigt und repariert die Pistole und führt dann Testschüsse mit ihr durch. Bei der mikroskopischen Betrachtung fällt ihm auf, dass die Projektile sehr ungewöhnliche Markierungen aufweisen. Und sie erinnern ihn an die Geschosse aus Ron Rudins Schädel. Ich habe lange gebraucht, bis alle Untersuchungen abgeschlossen waren. Aber danach gab es für mich keinen Zweifel mehr, dass diese Pistole die Tatwaffe war. Ich rief den Bezirksstaatsanwalt an und sagte, du wirst es nicht glauben, aber ich habe die Morg-Waffe. Wow. Einfach nur wow. Ich meine, das war's. Das war der Durchbruch. Und die Ermittler können einen weiteren Erfolg verzeichnen. Jede Schusswaffe, die mit einem Schalldämpfer ausgestattet ist, muss bei der Bundesregierung registriert werden. Die Pistole hatte die Zeit im See gut überstanden. Die Seriennummer war noch zu erkennen. Torrey ruft im ATF ab, dem Ministerium für Alkohol, Tabak und Schusswaffen. Als er die Seriennummer des Schalldämpfers durchgibt, sagt man ihm, dass die Waffe einem Ron Rudin gehört. Vor sieben Jahren hat Ron die Waffe als vermisst gemeldet. Kurz nach der Hochzeit mit Margaret. Er sagte, er weiß, dass Margaret die Pistole hat. Davon war er überzeugt. Und fragte sie immer wieder danach, aber sie sagte natürlich nein. Sie war die Einzige neben Ron, die Zugang zu den Waffen hatte. Ihm war anfangs bestimmt nicht klar, warum sie die Pistole gestohlen hat. Jetzt ergab es einen Sinn. Ron liebte zwei Dinge auf dieser Welt, Waffen und Frauen. Beides kam in einer Nacht auf tragische Weise zusammen und verursachte seinen Tod. Doch eine Frage bleibt weiterhin offen. Wo ist Margaret Rudin? Knapp zwei Jahre nach ihrem Verschwinden wird der Fall im Fernsehen gezeigt. Die Zuschauer werden um Mithilfe gebeten. Nach der Sendung meldet sich ein Mann aus Rivere, Massachusetts, bei der Polizei. Er behauptet, in dem Apartment neben ihm lebt eine Frau, auf die die Beschreibung zutrifft. Die Beamten befragen daraufhin mehrere Angestellte einer Postfiliale auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie erkennen Margaret sofort. Die Verhaftung war ein Klassiker. Die Kollegen in Rivere haben einen super Job gemacht. Das Apartment wird überwacht. Alle warten auf die passende Gelegenheit, um zuzuschlagen. Margaret bestellte eine Pizza und brachte die Kollegen damit auf eine gute Idee. Einer von ihnen verkleidete sich als Mitarbeiter vom Pizzaservice. Mit einem zweiten Kollegen als Rückendeckung klopft er an die Apartment-Tür. Sie öffnete die Tür und schaute den Pizzabooten an. Er sagte, Polizei, lassen Sie uns herein. Sie wissen, warum wir hier sind. Und Sie? Ja, wegen der Sache in Vegas. Margaret Rudin wird verhaftet und wegen Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Bei ihren Nachforschungen stellen die Beamten fest, dass die Rudins große Eheprobleme hatten. In Rons Büro entdecken sie sogar eine Abhörvorrichtung, heimlich eingebaut, im Auftrag von Margaret. Sie hörte ein Telefongespräch zwischen ihrem Mann und seiner Freundin ab, in dem sich die beiden in einem seiner Mietshäuser verabredeten. Margaret notierte das in ihrem Tagebuch. Diesem entnahmen wir außerdem, wohin sie ging und dass sie die beiden beobachten ließ. Margaret spürt, dass ihre Ehe kurz vor dem Ende steht. Und sie ist sich bewusst über die finanziellen Komplikationen, die eine Scheidung mit sich bringt. Die Ermittler glauben, die Angeklagte wartet, bis sich ihr Mann schlafen legt. Dann holt sie die Pistole, welche sie vor Jahren aus seiner Waffensammlung entwendet hat. Laut der forensischen Beweise schießt sie dreimal von der rechten Bettseite, wodurch das Blut an die Wände, die Decke und ihr Porträt spritzt. Dann geht sie hinüber auf die andere Seite des Bettes und feuert den letzten Schuss ab. Die Beamten sind davon überzeugt, dass ihr jemand geholfen hat, Rons Körper in den schweren Überseekoffer zu hieven, ihn dann zum Lake Mojave zu fahren und dort zu verbrennen. Doch bis heute ist kein Mittäter bekannt. Margaret lässt Rons Armband ganz bewusst an der Feuerstelle zurück, damit er schnell identifiziert werden kann. Denn nur dann erbt sie 7 Millionen Dollar seines Vermögens. Die Tatwaffe versenkt Margaret im Lake Matt, wo sie zufällig ein Hobbytaucher findet. Rons Auto wird zur Täuschung auf dem Parkplatz eines Nachtclubs abgestellt. Margaret war fünfmal verheiratet, aber nie finanziell unabhängig. Sie hat nicht genug verdient, um für sich selbst sorgen zu können. Daher denkt die Polizei, dass sie aus einem der ältesten Motive getötet hat. Geld. Margaret Rudin plädiert auf nicht schuldig. Ihre Anwälte führen ihre Version der Geschichte im Gerichtssaal vor. Der Richter erklärt das für unzulässig. Ich schätze es nicht, wenn Sie mich anschreien. Das ist zu schlecht! Die Geschworenen befinden Margaret Rudin für schuldig. Sie wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Sie ist ein Chamäleon. Nicht nur in der Realität, sondern auch aus psychischer Sicht. Durch die Seriennummer auf dem Schalldämpfer haben sich alle Puzzlestücke zusammengefügt. Wer hätte gedacht, dass die Pistole jemals gefunden wird? Das war das Wunder an sich. Dass Margaret eine Waffe mit Schalldämpfer benutzte, brach ihr das Genick. Die ungewöhnlichen Markierungen auf den Kugeln führten uns zur Tatwaffe. Geschworenen wird oft gesagt, Augenzeugen können sich irren. Manchmal lügen sie sogar ganz unverblüht. Die forensische Wissenschaft lügt nicht. Da ist es, wie es ist. Der kaltblütige Mord an einem Feriengast in Mexiko beunruhigt die Gesetzeshüter auf beiden Seiten der Grenze. Dem Anschein nach handelt es sich um einen Raubüberfall. Doch die forensischen Beweise bringen eine ganz andere Geschichte ans Licht. Die Geschichte eines heimtückischen Plans, einer geänderten Identität und einer verheimlichten Geschlechtsumwandlung. Puerto Penasco, Mexiko. Amerikaner nennen den Ort Rocky Point. Die kleine Feriensiedlung liegt knapp 100 Kilometer hinter der mexikanischen Grenze und bietet alles, was das Urlauberherz begehrt. Strände, Sonne, Möglichkeiten zum Sportfischen, Golfmeisterschaften und Kultur. Hier kann man wunderbar abhängen, frische Schrimps direkt vom Boot kaufen und abends gemeinsam am Strand kochend. Und genau hier verbringt im Jahr 1991 Familie Willoughby ihren Winterurlaub. Nach ein paar Tagen am Strand will Dan Willoughby mit seinen Kindern einen Ausflug ins Wissenschaftsmuseum machen. Seine Frau Trish hat Kopfschmerzen und bleibt im Ferienhaus. Als die Familie zwei Stunden später zurückkehrt, macht sie eine grausige Entdeckung. Als die junge Farrah und der kleine Hayden ins hintere Schlafzimmer gingen, fanden sie ihre Mutter auf dem Bett liegend, den Kopf eingewickelt in einem blutdurchdrängten Handtuch. Sie liefen weinend hinaus. Mami ist voller Blut und sie atmet nicht richtig. Dan versammelt seine Kinder auf der Veranda, spricht ein Gebet und alarmiert dann die Polizei. Doch weder Gebete noch Ärzte können Trish Willoughby helfen. Sie verstirbt Stunden später an einem massiven Schädelhirntrauma. Trish war eine liebenswerte, wundervolle Person. Sie hat die Herzen der Menschen berührt. Sie haben sie geliebt, weil sie so freundlich und warmherzig war und so erfüllt von Lebensfreude und Enthusiasmus. Der Gerichtsmediziner stellt einen großen Bluterguss an Trishs Bauch fest. Insgesamt neunmal wurde mit einem stumpfen Gegenstand auf ihren Kopf geschlagen und zusätzlich mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen. Die Polizei vermutet, dass es sich um Raubmord handelt. In ihrem Portemonnaie fehlen 400 Dollar. Der Ehering sowie ein kostbarer Perlenring sind ebenfalls verschwunden. Unglücklicherweise untersuchen die mexikanischen Beamten den Tatort nur unzureichend auf Spuren. Sie haben dort nur geringe Kapazitäten. Die Polizeistation besitzt nicht mal ein Fingerabdruckset. Sie kamen zum Tatort, schauten sich kurz um und versiegelten ihn. Ein Angestellter der Feriensiedlung erzählt Dan Willoughby, er habe zum Zeitpunkt des Mordes ein paar verdächtige Typen in der Nähe des Strandhauses gesehen. Die Siedlung liegt in der Nähe einer größeren Stadt. Die Menschen leben dort in bitterer Armut. Das gestohlene Bargeld und die Ringe entsprechen einem Gehalt, welches dort eine Durchschnittsfamilie in sechs Monaten verdient. Das größte Problem für die mexikanische Polizei ist es nun, den Täter ohne forensische Beweise finden zu müssen. Der Mord an Trish Willoughby macht auch in ihrer Heimatstadt Gilbert im US-Bundesstaat Arizona Schlagzeilen. Prompt melden sich mehrere besorgte Mitbürger bei der örtlichen Polizei. Sie berichten, dass der Haussegen der Familie Willoughby schon seit längerem schief hängt. Was können Sie mir über die Freundin sagen? Was wissen Sie? Alle Anrufe erzählen das Gleiche. Denn Willoughby habe eine Affäre mit einer Frau namens Yesenia Patino. Klar ausgedrückt könnte man Yesenia Patino als Goldgräberin bezeichnen. Oder besser als Vollzeitprostituierte. In dem Sinne, dass sie sich einen Mann angelt und dann von ihm lebt. Trish weiß von der Affäre ihres Mannes. Trish ging zu Yesenias Apartment, trat ihr im öffentlichen Poolbereich der Feriensiedlung gegenüber und schrie sie an. Als Yesenia von der Polizei befragt wird, gibt sie die Affäre sofort zu. Sie sagte mir, dass Dan Willoughby ihr Apartment bezahlt und dass er ihr Schmuck und andere Dinge schenkt. Sie bestreitet etwas mit dem Mord an Trish zu tun zu haben und behauptet, zum Tatzeitpunkt nicht in Mexiko gewesen zu sein. Yesenia war eine echte Type, ziemlich kokett. Mitten in der Befragung lehnte sie sich zu mir rüber und sagte, ich weiß, was mir an gefällt. Gegen Ende des Verhörs bittet Lieutenant Root die Befragte, sich auszuweisen. Sie gab mir einen Sozialversicherungsausweis mit einem männlichen Namen drauf, Alfredo Patino. Und sie fragten, wer ist das? Sie sagte, oh, das bin ich, vor meiner Geschlechtsumwandlung. Äußerlich ließ ich mir nichts anmerken, aber innerlich schrie es in mir, klar, weißt du, was Männern gefällt, schließlich warst du selber einer. Das war schockierend, aber sie war eine Persönlichkeit. Bei der Überprüfung ihrer Identität stellen die Beamten fest, dass Yesenia, beziehungsweise Alfredo Patino, mehrfach vorbestraft ist. Sie wurde in Oregon verhaftet, weil sie als männliche Prostituierte arbeitete. Ihr Geschlecht stand da noch nicht zur Debatte. Überraschenderweise ist Dan völlig ahnungslos, obwohl die beiden ein Liebespaar sind. Als wir mit Dan über Yesenia sprachen, was sie oder er gewesen ist, bevor sie eine sie war oder ein es oder was auch immer, saß Dan mit hängendem Kopf da und der Schweiß lief ihm aus den Ohren und über sein Gesicht. Sein einziger Kommentar war, das ist ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse. Die Nationalenquare wird ein großer Zeit haben. Die Nationalenquare Die Nationalenquare Die Nationalenquare Mein Gott, sie war zweimal verheiratet, hatte mehrere Freunde vor und nach diesem Verbrechen. Sie hatte weder mit einer Baritonstimme gesprochen, noch besaß sie einen vorstehenden Adamsapfel. Trotz dieser interessanten Entdeckung können die Beamten Yesenia nicht mit Trishs Mord in Verbindung bringen. Deshalb fahren sie nach Mexiko, um den Tatort genauer zu untersuchen. Der forensische Aspekt in der Beweisführung ist etwas kritisch an diesem Punkt. Der mexikanischen Polizei mangelt es an Hilfsmitteln. Zum Glück konnten wir ein Team von der Spurensicherung nach Mexiko schicken und nach Fingerabdrücken suchen. Mit Erfolg. Sie finden einige Abdrücke auf der Hintertür sowie auf einer Sodaflasche in der Küche. Es sind die Fingerabdrücke von Yesenia Petino. Egal, welche Erklärung sie dafür gehabt hätte, es stand fest, sie ist dort gewesen. In der Zwischenzeit finden die Ermittler heraus, dass Dan Willoughby seit Monaten arbeitslos ist. Er hat seinen Job verloren, weil er Reisekostenabrechnungen fälscht und somit seine Aktivitäten mit Yesenia finanziert. Nachdem er seinen letzten Job verlor, geriet sein Leben etwas außer Kontrolle. Er lebte auf Kosten seiner Frau und hatte eine Geliebte zu unterhalten. Das könnte ein mögliches Motiv sein. Denn Trish betreibt gemeinsam mit ihrer Mutter von zu Hause aus ein kleines lukratives Unternehmen. Sie vertreiben Nahrungsergänzungsmittel. Er sah das ganze Geld. Ich glaube, er dachte, er bekommt die Hälfte von all dem. Er wollte das Geld, um sich mit Yesenia in Mexiko zu amüsieren und dort mit ihr wie ein König zu leben. Mit ein paar Millionen Scheinern bist du in Mexiko der Held. Aber die Polizei hat nichts gegen Dan Willoughby in der Hand. Alles deutet auf Yesenia hin. Doch als diese verhaftet werden soll, ist sie bereits untergetaucht. Als die Polizei die Kinder der Familie Willoughby zum Tod der Mutter befragt, erzählen diese eine ganz andere Geschichte als ihr Vater. Die 17-jährige Marsha sagt aus, alle bis auf ihre Mutter hätten das Haus verlassen. Im Auto habe Dan Willoughby dann behauptet, etwas vergessen zu haben. Er sei ausgestiegen und allein ins Haus zurückgegangen. Zehn Minuten später sei er immer noch nicht zurück gewesen. Um einen Schokoriegel zu holen, sei Marsha zum Ferienhaus gegangen, die Tür sei jedoch abgeschlossen gewesen. Wenn ich als Vater meine Kinder zum Strand mitnehme und zurücklaufe, weil ich etwas vergessen habe, schließe ich hinter mir die Tür nicht ab. Als Marsha an die Tür klopft, ruft ihr Vater, sie solle im Auto warten. Dan Willoughby kommt erst ein paar Minuten später. Das bedeutet, Dan war kurz vor dem Tod seiner Frau mit ihr allein. Am Tatort wurden Yesenias Fingerabdrücke gefunden. Doch sie flieht, um sich der Verhaftung zu entziehen. Die Familie von Trish versucht auf eigene Faust die Mexikanerin zu finden und hängt in Arizona und in Mexiko Flyer aus. Trishs Mutter bittet sogar im Fernsehen um Mithilfe. Sie wendet sich an die Medien, weil sie glaubt, wenn sie die Person finden, könnte der Fall gelöst werden. Die Aktion zeigt Erfolg. Jemand erkennt Yesenia und verrät, dass sie als Bedienung in einer Bar in Mersepplen arbeitet. Bei ihrer Verhaftung finden Beamte Ringe von Trish Willoughby in ihrem Besitz. Ich vermute, sie hat sie ihr von den Fingern gezogen. Als die Ermittler Yesenia mit den Beweisen konfrontieren, legt dieser ein Geständnis ab. Sie bezichtigt Dan Willoughby als Drahtzieher des Verbrechens und behauptet, er sei der eigentliche Mörder. Yesenia gibt zu Protokoll, dass Dan seine Frau bereits einige Monate zuvor in einem Restaurant in Arizona umbringen wollte. Dann reisen Yesenia und Dan gemeinsam nach Rocky Point, um nach einem abgelegenen Strandhaus zu suchen, in dem sie die Tat verüben können. Sie haben die Idee, mit den Kindern ins Museum zu fahren, um Dan ein Alibi zu verschaffen. Yesenia gibt zu, am Tag des Mordes in Mexiko gewesen zu sein und das Feriendomizil von der Straße aus beobachtet zu haben. Ihr Plan wird Realität. Dan geht mit den Kindern zum Auto. Dann täuscht er vor, etwas vergessen zu haben und geht zurück ins Haus. Dort überwältigt er Trish mit einem Schlag in den Magen und prügelt sie anschließend zu Tode. Dann fährt er mit den Kindern davon. Yesenia schleicht derweil ins Haus, um einen Raubüberfall zu inszenieren und bemerkt, dass Trish noch lebt. Sie nimmt ein Messer und sticht auf die Verletzte ein. Yesenia zieht Trish die Ringe ab, steckt etwas Bargeld ein und inszeniert eine Verwüstung, damit es nach Raubmord aussieht. Sie vergisst jedoch, Handschuhe anzuziehen. Als Dan mit seinen Kindern zurückkommt, schickt er sie zuerst ins Haus. Er wusste genau, was die Kinder vorfinden würden. Nur für sein Alibi lässt er sie zuerst reingehen. Das war schrecklich. Wie kann er seine Kinder da hineinschicken, so wie er seine Frau zurückgelassen hat? Das ist abartig. Yesenia wird in Mexiko im Prozess für den Mord an Trish Willoughby schuldig gesprochen und zu 35 Jahren Haft verurteilt. Dan Willoughby muss sich einem Verfahren in Arizona stellen, bei dem seine ehemalige Geliebte als Kronzeugin auftritt. Es war mehr Rufmord als alles andere, ein reiner Indizienprozess. Viele Mordprozesse werden mit Indizienbeweisen geführt. In diesem waren die Indizien zwingender als bei den meisten anderen Fällen. Dan Willoughby wird des vorsätzlichen Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe der Justiz vertraut, daran geglaubt, dass ein Unschuldiger niemals verurteilt würde. Doch damit ist der Fall noch nicht zu Ende. Kurz nach seiner Verurteilung geht Dan Willoughby in Beruf um. Begründung? Man habe ihm keinen adäquaten rechtlichen Beistand gewährt. Er bekommt Recht. Das Gericht befand den Anwalt, der ihn damals vertreten hat, als unzureichend. Er war ein lausiger Anwalt. Der Staat Arizona muss das Verfahren neu aufrollen. Er saß neun Jahre in der Todeszelle. In der Zeit kamen diese ganzen populären Fälle wie O.J. Simpson auf. Man fragte sich, haben sie wohl die gleichen Beweise? Wie gut ist derjenige, der den Fall vor Gericht bringt? So gut wie der Erste? Und der Justizminister ist ein anderer. Alles ist anders. Zudem ändert die Mexikanerin ihre Aussage und erzählt plötzlich eine völlig andere Version von Triss Tod. Yesenia behauptet, Triss allein getötet zu haben, ohne Dan Willoughbys Mithilfe. Er habe von allem nichts gewusst. Für die Tat benutzt sie eine selbstgebaute Waffe. Als sie mich sah, habe ich es so gemacht. Nach meinem ersten Schlag war sie bewusstlos. Sie verlor die Besinnung. Das Blut spritzte seitlich und an die Wand. Sie ist die Einzige, die weiß, was sich wirklich abgespielt hat. Denn sie hat das Verbrechen begangen. Und das, was sie auf dem Video erzählt, ist wahrhaftig eine eidesstaatliche Aussage. Die Anklage umfasste drei Worte. Yesenia war es. Tom Bevel soll die Blutspuren noch einmal überprüfen. Ihm fallen sofort Ungereimtheiten auf. Die Verteilung der Blutspritze am Tatort passt nicht zu der Waffe, die Yesenia beschreibt. Sie vollführt eine Überkopfbewegung in dem Video, bei der sie den Griff der Waffe in der Hand hält. Wenn man sich nun anschaut, wie das Opfer gelegen hat und das über seinem Kopf ein 60 Zentimeter tiefes Regalbrett hing, ist es unmöglich, dass die Tat so verübt wurde. Man hätte die Waffe durch das Regal schwingen müssen und das allein ist schon nicht machbar. Die Geschichte der Verurteilten stimmt auch nicht mit der Aussage des Rechtsmediziners überein. Im Protokoll des Gerichtsmediziners ist von einem langen, schmalen Gegenstand die Rede und nicht von einem kügelförmigen Objekt. Tom Bevel verfasste ein Buch, das zur Analyse von Blutspritzern und deren Verteilungsmuster dient. Als der Experte die Bettlaken untersucht, findet er zwei Typen von Blutstropfen. Einige haben eine glatte Erscheinung wie bei einer reinen Flüssigkeit. Andere Spritzer sind unregelmäßig, als ob das Blut bereits durch Luftkontakt geronnen ist. Wichtige Einflüsse auf die Blutspur an sich, nachdem sie bereits aus dem Körper ausgetreten und auf der Oberfläche angelangt sind, ist vor allen Dingen die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Luftbewegung, die Vermischung mit anderen Flüssigkeiten und natürlich, ob die Oberfläche, auf der sich die Blutspur jetzt befindet, noch irgendwie imprägniert oder mit besonderen Eigenschaften behaftet ist. Die unregelmäßige Tropfenform bedeutet, dass der Gerinnungsprozess des Blutes bereits eingesetzt hatte. Und das passt nicht zu einem Blutverlust, der zu Beginn einer Schläger eintritt. Es sieht so aus, als ob es bereits leicht angetrocknet war, vielleicht zehn Minuten lang, bevor die Spritzer auf das Bettlaken und neben das Opfer gekommen sind. Aus den Spritzmustern schließt der Experte, dass Trish zweimal attackiert wurde. Zwischen den Angriffen liegen mindestens zehn Minuten. Diese Schlussfolgerung passt zur ursprünglichen Aussage von Yesenia. Blutspuren erlauben häufig eine zeitliche Rekonstruktion von Abläufen, besonders dann, wenn es zum Beispiel Kontaktspuren gibt und ich weiß, wo die Leiche liegt, dann kann ich zum Beispiel sagen, von A nach B muss sich jetzt die Leiche beblutet bewegt haben. Das ist also für den gesunden Menschenverstand. Es geht aber auch anders. Man kann sich, wenn man die Orte der Gewalteinwirkung kennt, also die Wunden und die Arten der Verletzungen, kann man sich fragen, welche Spur stammt von welcher Wunde und in welcher Art überlagern die sich. Das heißt, also simpel gesagt, die oberste Spur ist dann das jüngste Ereignis und die unterste Spur bildet dann das älteste Ereignis ab. Für die Beamten sind die Blutspuren der Beweis, dass beide in die Tat verwickelt sind. Es macht absolut keinen Sinn, dass eine Person das Blutbad anrichtet, zehn Minuten wartet und dann die geronnenen Blutspritzer verursacht. Wahrscheinlich war das der wichtigste Einzelbeweis in diesem Fall. Marsha Willowby erinnert sich zudem an ein wichtiges Detail, welches sie bei der ersten Verhandlung nicht erwähnt. Sie sagt aus, ihr Vater hat die Tür geöffnet und steckte gerade sein Hemd in die Hose. Es war nicht das gleiche Shirt, das er getragen hat, als er ins Haus ging. Die Ermittler vermuten, dass Dan Willowby sein Hemd gewechselt hat, weil Blutspritzer darauf waren. Als Yesenia im zweiten Verfahren ihres Exkeletten in den Zeugenstand tritt, kehrt sie zu ihrer ursprünglichen Aussage zurück und behauptet, Dan sei der eigentliche Täter. Ein Grund für die geänderte Aussage könnte die Tatsache sein, dass Yesenia im Gefängnis ihren Schmuck und ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückbekommen hat und sich darüber ärgert. Dan Willowby wird ein zweites Mal des Mordes angeklagt, doch diesmal entkommt er der Todesstrafe. Das Urteil lautet lebenslänglich. Er beteuert noch immer seine Unschuld. Hätte ich diese Dämonin nicht getroffen, würden wir alle noch glücklich und zufrieden leben. So einfach ist das. Auch die Gerichtsmedizin und die Geschworenen können sich irren. Die Analyse der Blutspritze hat die Wahrheit ans Licht gebracht. Davon ist Trishs Familie überzeugt. Einige der Geschworenen sagten mir, Bevels Aussage hätte sie absolut davon überzeugt, dass Dan den Mord verübt hat und Yesenia erst später eingriff. Genau so, wie sie es gesagt hat. Bevels Zeugenaussage hatte einen großen Einfluss auf die zweite Urteilssprechung. Beim ersten Mal war er ja nicht dabei. Ich war beeindruckt. Das war ein merkwürdiger Fall, bei dem die Wahrheit noch verrückter ist als die Fantasie. Du schaust ihn dir an und denkst, wow, das ist echt bizarr. Das ist zu weird. Die Weiners sind aktive Mitglieder in der örtlichen Kirche. Liebevolle Nachbarn und Hilfe untereinander sind nicht nur leere Worte, sondern Lebensinhalt. Doch nicht jeder in der Kirche meint es gut mit den Weiners. Einer in der Gemeinde hat sogar ein Motiv sie zu töten. An einem Donnerstagabend im Juni 1988 erhält Sally Weiner einen Anruf in ihrem Haus in Corrie, Pennsylvania. Es ist das Büro des Kongressabgeordneten. Ihr wird mitgeteilt, dass ihr Gatte Harry Vizepräsident der örtlichen Bank zum Mann des Jahres gewählt worden ist. Der Anrufer bat sie ihrem Mann nichts zu erzählen. Vermutlich sollte es eine Überraschung werden. Sally sollte sich am nächsten Tag mit jemandem treffen, um die Pläne für die Feier zu besprechen. Am nächsten Tag erhält Harry Weiner einen Anruf in der Bank. Wir wussten, dass es eine Tonbandaufnahme war, denn es gab keine Interaktion zwischen Harry und Sally. Er wollte mit ihr reden, doch sie antwortete nicht. Sie sprach einfach weiter. Sie musste vorlesen, falls ihr Mann nicht mit dem Geld käme, würden ihr die Hände abgeschnitten. sie erzählte detailliert, dass sie festgehalten wird, diese Leute gefährlich sind und sie töten würden, wenn ihr das Geld nicht besorgt. Sally verrät Harry, dass unter seinem Auto eine Tasche mit Instruktionen ist. Entweder er befolge sie exakt oder sie müsse sterben. Das Lösegeld schreiben fordert Harry auf, alles Geld aus seinem Bank Tresor zu nehmen und zu einer abseits gelegenen Brücke zu fahren. Dort gäbe es weitere Instruktionen. Sofort nimmt Harry Kontakt zu Polizei und FBI auf. Die bitten ihn zuerst auf den Parkplatz hinter die Bank zu fahren, um einen Polizisten mitzunehmen. Er stieg in das Auto und legte sich mit einem zwölfschüssigen Gewehr auf die Rückbank. Als Harry an der Brücke ankommt, ist niemand dort. Er wartet mit dem Scharfschützen auf der Rückbank und mit FBI Agenten versteckt im nahegelegenen Wald. Man sitzt ganz ruhig, bewegt sich nicht und hört. Man lauscht nach etwas wie einem Schritt, einem brechenden Zweig, jeglichem Geräusch, in der Hoffnung, Kontakt zu bekommen. Und man denkt, wahrscheinlich sitzt er 90 Meter entfernt und beobachtet dich mit einem Gewehr. Nach Stunden des Wartens schicken die FBI-Beamten Harry nach Hause. Er soll dort auf Instruktionen warten. Es tat mir leid für Harry. Er war ein guter Mensch. Er war frustriert, aber dennoch geduldig und vernünftig. Am nächsten Tag bei Sonnenaufgang sucht das FBI die Gegend genau ab. Nahe einer Bahnunterführung findet es ein zweites Schreiben an einem Metallstab mit Krepppapier. Als wir die Stäbe beschlagnahmten, wussten wir, dass es welche für Schränke sind, für ältere Schränke. Man schiebt sie von vorn nach hinten durch die Schublade des Schrankes. Doch der Hinweisstab ist schwer zu finden. Deshalb hat ihn Harry am Abend vorher auch verpasst. Die zweite Nachricht führt Harry an einen Ort mehrere Kilometer entfernt. Dort findet das FBI eine dritte Nachricht, die auf eine verlassene Kirche hinweist. Dort endet die Fährte. So hätte er beobachten können, ob es Überwachungseinheiten und Polizei gibt, die ihn verfolgen. 18 Stunden sind seit Sallys Entführung vergangen. Der Kidnapper hat sich nicht mehr gemeldet und die Ermittler befürchten das Schlimmste. Mittlerweile erfahren die Beamten, dass weder Sally noch Harry bekannte Feinde haben. Man kann anhand weniger Finger die Zahl der Fälle abzählen, in denen Mitglieder einer Bankiers Familie entführt und gegen Geld ausgetauscht worden sind. Das ist kein gewöhnliches Verbrechen. Dann findet die Polizei Sallys Auto, nicht weit entfernt von der Bank ihres Mannes. Ihr Auto stand verlassen auf dem Parkplatz. Die Fenster waren hoch, die Türen abgeschlossen. Es gab dort in keiner Weise Anzeichen eines Kampfes. Samstag, der Tag nach der Entführung. Es gibt weiterhin keine Kommunikation mit dem Täter. Sonntag. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich. Sallys Leiche wird von einem Bauern außerhalb der Stadt gefunden. Sally ist mit einem einzelnen Schuss in den Kopf getötet worden. Ich erinnere mich, wie geschockt ich war. Ich fühlte mich schuldig und hilflos. Sie war hingerichtet worden. Der Mörder hat Munition benutzt, die beim Aufprall zerbricht. Damit ist es hinterher unmöglich, das Kaliber zu bestimmen. Sally Weiner wurde durch einen Gewehrschuss in den Kopf getötet, der das Gehirn erheblich zerstörte. Die Kugel drang in die Orzipitalregion ein. Das ist das Hinterhaupt bis geringfügig zur rechten Mittellinie. Das ist hier hinten, wo die Kugel eintrat. Sie zersplitterte extrem und verursachte große Schäden in verschiedenen Bereichen des Gehirns. Als nächstes analysiert das FBI die schriftlichen Hinweise. Alle sind per Computer und mit der gleichen Schrift verfasst worden. In einem Hinweis ist das Wort exactly falsch geschrieben. Den ersten wichtigen Schritt machen die Ermittler durch einen Polizeiofficer, der in ein Einkaufscenter in der Nähe von Harry Winers Bank geht. Im Fenster eines Buchladens bemerkt er auf der Liste der Sonntagszeitungen ein Schriftzeichen. Insbesondere der ungewöhnliche Rand fällt ihm auf. Es war ein fünfarmiger Stern mit Zeichen für größer als und kleiner als Cockrell Aymond dachte kurz nach und sagte ich weiß das habe ich schon irgendwo mal gesehen. Der Polizist erinnert sich daran das Symbol auf der ersten Hinweis Notiz gesehen zu haben. David Koppenheffer der Ladenbesitzer sagt er habe das Zeichen mit seinem Computer geschrieben. Den Rand habe er auf anderen Dokumenten gesehen und kopiert. Koppenheffer ist ein Freund der Winers und bestreitet etwas mit dem Mord an Sally zu tun zu haben. Sie konnten sich sehr gut. Beide Familien waren Mitglieder der presbyterianischen Kirche. Sie besuchten gemeinsam den Gottesdienst und sie sangen zusammen. Sie saßen beide nicht weit voneinander entfernt auf der Kirchenbank. Aufgrund der Ähnlichkeit der Hinweisschreiben und der Zeichen im Fenster des Ladens beschlagnahmen die Ermittler Koppenheffers Geschäfts- und Heimcomputer. Eine vorläufige Untersuchung, die von der Staatspolizei durchgeführt wurde, erbrachte genau das, was auch einer unserer Beamten herausgefunden hat, nämlich nichts. Die Ermittler wollen die ungefähre Todeszeit von Sally wissen, um sie dann mit Koppenheffers Aufenthaltsort zu vergleichen. Der Todeszeitpunkt kann von einem forensischen Entomologen anhand des Madenbefalls der Leiche bestimmt werden. Dr. Mark Benecke macht solche Untersuchungen. Insektenlarven können dazu benutzt werden, um die Besiedlungszeit einer Leiche zu ermitteln. Das heißt, aus dem Alter der Tiere, je nachdem, wie lang die sind oder wie alt die sind, in welchem Entwicklungsstadium die sind, kann man, wenn man die Temperatur kennt, zurückrechnen, wie lange sie gelebt haben. Häufig ist das der Todeszeitpunkt, denn die Tiere legen sehr schnell ihre Eier ab, die Erwachsenen fliegen, und daraus schlüpfen dann eben genau diese Maden. Dr. Kim hat die Maden von Sallys Leiche analysiert. Es sind Tiere der Spezies Kalifora, einer Schmeißfliege, im zweiten Larvenstadium. Man kann die drei Lavalstadien, also erstes, zweites und drittes Larvenstadium von Fliegenlarven besonders einfach dadurch unterscheiden, dass man auf der Rückseite, also am Ende des Tieres, einfach die Anzahl der Schlitze in den Atemöffnungen zählt. Das zweite Stadium von Kalifora zum Beispiel hat da zwei Schlitze in den Atemöffnungen, zwei Schlitze, zweites Stadium. Das erste Stadium hat einen Schlitz und das dritte Stadium hat drei Schlitze. Wichtig für das Wachstum der Tiere ist die Außentemperatur. Die Geschwindigkeit des Wachstums von Fliegenmaden, anders als zum Beispiel bei Menschen, Elefanten, Giraffen und so weiter, ist abhängig von der Außentemperatur. Je wärmer es ist, umso schneller wachsen die Tiere, je kühler es ist, umso langsamer wachsen die Tiere. Die Länge alleine sagt mir also noch nicht aus, wie alt das Tier ist, wenn ich nicht die Außentemperatur kenne. Dr. Kim schätzt, dass die Insektenaktivitäten auf der Leiche am späten Freitagnachmittag begonnen haben. Das ist der Tag der Entführung. Die Ermittler, wissen Sie, mit ihrem Blick für die Verurteilung sagten, das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als die Leiche dort abgelegt worden ist. Das war ihre Meinung. Interessanterweise kann David Kopenhäfer nicht für den ganzen Tag ein Alibi vorweisen. Dennoch bedarf es weiterer forensischer Beweise, um herauszufinden, wer tatsächlich der Mörder ist. Detaillierte Nachforschungen ergeben ein paar erschreckende Informationen über David Kopenhäfer. Er wollte sich im Jahr zuvor bei Harry Weiner 25.000 Dollar für sein Geschäft leihen. Spätestens jetzt ist Kopenhäfer der Hauptverdächtige im Fall der Entführung und der Mordung von Weiners Ehefrau Sally. Das FBI ordnet die Überwachung von David Kopenhäfer an und beobachtet ihn dabei, wie er Müll in einem Container hinter dem Haus wirft. Als die Beamten den Müll durchsuchen, finden sie ein paar verdächtige Gegenstände. Darunter befindet sich eine Rolle Krepppapier. Es ist die Marke mit der Farbe, wie sie an den Metallstäben hing. Das FBI konnte die Risskante der Rolle Krepppapier aus dem Container vom Buchladen mit einer der Flaggen zusammenfügen. Außerdem finden die Ermittler Papierfetzen, die das FBI sorgfältig zusammensetzt. Und diese Notiz war eine Kopie der Notiz, die an den Orten lagen und Mr. Weiner leiten sollten nach der Entführung seiner Frau. Bei der Durchsuchung findet das FBI einen Stapel Metallstäbe in Koppenheffers Schuppen. Sie ähneln den Stäben, an denen die Hinweise befestigt waren. FBI-Kriminaltechniker William Tobin analysiert die Stäbe mit einem Elektronenmikroskop. Dabei entdeckt er an den Seiten einzigartige Markierungen, die bei der Herstellung entstanden sind. Individuelle Merkmale, die vom Werkzeug oder dessen Farbe übertragen werden, sind nicht immer gleich. In Stunde eins sind sie anders als in Stunde acht, zwölf oder Stunde sechzehn. Die Markierungen verraten Mr. Tobin, dass die Stäbe aus Kopenheffers Schuppen am selben Tag, vermutlich sogar zur selben Zeit hergestellt wurden, wie die Stäbe, an denen die Hinweise hingen. Das lag im Bereich von Minuten. Das war eine der besten Übereinstimmungen, die ich je hatte, im Hinblick auf die Herstellungsmerkmale. Zudem findet die Polizei zerbrechliche Munition in Kopenheffers Haus. Es ist der Typ, mit dem Sally getötet wurde. Ich denke, es ist extrem ungewöhnlich, diese Art Munition in einem Wohnhaus zu haben. Die örtlichen Behörden bitten, das FBI eigene Untersuchungen an Kopenheffers Computer durchzuführen, nachdem die anfängliche Suche in der Hardware nichts gebracht hat. Ein Dokument befindet sich nicht komplett nur an einem Platz auf der Festplatte. Einzelteile sind in verschiedenen Sektoren. Wird ein Dokument gelöscht, ist es nicht verschwunden. Der Platz wird nur freigegeben und kann durch andere Dokumente, wenn benötigt, überschrieben werden. Beim mathematischen Durchforsten der Festplatte basiert das Finden der richtigen Stellen auf dem Wissen, wie das Laufwerk arbeitet. Man kann ein ganzes Dokument zusammensetzen, wenn der Platz des Dokuments nicht überschrieben worden ist. Als das Verbrechen im Jahr 1988 verübt wird, gibt es noch kein Programm, das Dokumente automatisch wieder zusammensetzen kann. Deshalb muss L. Johnson mit seinem Team etwas sehr Aufwendiges machen und selbst analysieren. Das war ein kniffliger Prozess über annähernd 33 Tage, in den wir zwei 20 Megabyte Festplatten durchsucht haben. Ein Computer ist so sicher wie eine nasse Plastiktüte. Er wirft keine Daten weg. Die Ermittler finden tatsächlich Stücke eines Dokuments, das Kopenheffer gelöscht hat. Es heißt der Plan. Es zählt alle Schritte auf, der es bedarf, um Sally Weiner zu entführen und zu ermorgen. Wir konnten 80% des Mordplans aus den Festplatten herausholen. 20% waren überschrieben oder so verändert worden, dass die Daten nicht zu finden waren. Diese Beweise waren vernichtend. Diese Beweise verbanden den Computer mit dem Mann und den Hinweisschreiben und dem Verbrechen. Das Dokument enthüllt, dass Sally Weiner nicht das einzige Ziel von Coppenhafer gewesen ist. Es scheint, als sähe der Plan vor, Harry Weiner zu töten, sobald er das Lösegeld bekommen hat. Die Staatsanwälte vermuten, dass David Coppenhafer Sally mit verstellter Stimme angerufen und ihr mitgeteilt hat, dass Harry Mann des Jahres geworden ist. Er war es auch, der mit ihr für den nächsten Tag einen Treffpunkt ausgemacht hat, um die Preisverleihung zu planen. Danach hat Coppenhafer die Hinweisschreiben an die verschiedenen Orte gebracht. Eines davon in eine Tasche unter Harrys Auto. Als Sally bei den vermeintlichen Vorbereitungstreffen ankommt, erkennt sie Coppenhafer. Unter einem Vorwand lockt er sie in seinen Van, indem er sie überwältigt und knebelt. Er drängt sie aufs Tonband zu sprechen und so ihrem Mann die Entführung mitzuteilen. Die forensischen Beweise belegen, dass Coppenhafer Sally nur wenige Stunden nach der Entführung tötet. Ihre Leiche entsorgt er außerhalb der Stadt auf einer Farm. Dann kehrt er in seinen Laden zurück und spielt Harry per Telefon die Tonbandaufnahme vor. Coppenhafer ist sich sicher, dass Harry den Instruktionen auf den Schreiben folgt. Die Analyse seiner Computer beweist, dass er auch geplant hat, Harry umzubringen. Er wollte an der Kirche aber erst das Lösegeld kassieren. Harry war derjenige auf den Ersauer war. Er hatte ihm das Darlehen verweigert. Er wollte Rache und mindestens genauso gern das Geld. Trotz der Warnung, nicht die Polizei zu rufen, widersetzt Harry sich dieser Anweisung. Ein Journalist bekommt von der Entführung über den Polizeiscanner mit. Ich fuhr sofort zur Plaza und parkte mein Auto. Doch da war gar nichts los. Deshalb geht Sample ins Geschäft von David Coppenhafer und fragt, was los ist. Er sah mich an und sagte, Nein, es ist überhaupt nichts passiert. Es ist sehr ruhig heute Abend. Hier passiert nichts. Als ich bei ihm war, wusste ich nicht, dass er der Täter ist. Mir war nicht klar, dass vor mir ein kaltblütiger Mörder sitzt. Als Coppenhafer mitbekommt, dass die Polizei informiert ist, bleibt er in seinem Geschäft und fährt nicht zum Ort der Lösegeldübergabe. Zudem hat Harry den Hinweis an der Eisenbahnbrücke nicht gefunden. Aufgrund der forensischen Beweise wird David Coppenhafer festgenommen und wegen Entführung und Mordes angeklagt. Wir ließen ihn das Wort exactly schreiben. Er schrieb es in dem Test genauso falsch, wie es mit dem Computer falsch geschrieben worden war. Das war zur Überprüfung, dass er derjenige war, der das Zeug in den Computer geschrieben hat und nicht jemand anders. David Coppenhafer wird schuldig gesprochen und zu zweimal lebenslange Haft verurteilt. David Coppenhafer ist ein Meister Manipulator. Das ist ein intellektuelles Spiel und eine Herausforderung, zu sehen, wie weit er gehen kann und dennoch hinkommt. Ich denke, wenn er noch draußen wäre, würde er noch mal töten. Er hat während der Verhandlung ein Auge auf mich und Harry Wynier geworfen, da wir die Hauptzeugen gegen ihn waren. Ich denke, er würde vor nichts zurückschrecken. Trotz der überwältigenden Beweise gegen ihn, beteuert Coppenhafer weiterhin seine Unschuld. Das ist die Arroganz dieses Mannes. Trotz der überwältigenden Beweisung, das machen viele Beklagte, lehnen sie und lehnt er es ab, für seine Verbrechen, die er begangen hat, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist die eigentliche Sünde, die größte Sünde von allen. dieser Fall ist meiner Überzeugung nach ein Meilenstein. Das ist der Beginn, die Genesis der heutigen Computerforensik. Von da an war Computerforensik geboren. Mitten in der Nacht beobachtet ein Mann seinen Nachbarn, wie dieser ein Verbrechen begeht. Der Täter behauptet, er habe keinerlei Erinnerung an die Tat. Letztlich liegt es in den Händen der Geschworenen, ob sie den forensischen Beweisen glauben oder den Mysterien des Gehirns. In einer frischen Januarnacht in Phoenix, Arizona, hört ein Mann laute Geräusche aus dem Garten seines Nachbarn. Er hörte Stöhnlaute über den Gartenzaun kommen. Er dachte, dass sich die Verleiters vielleicht lieben, jedenfalls klang es für ihn so. Er sieht Jamila Verleiter auf dem Boden, ihren Mann Scott im Obergeschoss seine Kleidung wechseln. Dann kommt er ins Erdgeschoss, beruhigt den Hund, geht nach draußen, stößt seine Frau in den Pool und hält ihren Kopf unter Wasser. Sofort alarmiert der Nachbar die Polizei. Ich schaute über den Zaun und da schmisst der Ehemann, ich vermute, seine Frau in den Pool. Es sah so aus, als ob er sie unter Wasser drückte. Polizei findet Jamila Verleiter treibend im Pool. Sie hat Schnittverletzungen und wurde ertränkt. Ehemanns Gott ist konfus und wie betäubt im Haus. Er war total überrascht, was die Polizisten in seinem Haus machen würden. Die erste Frage, an die er sich erinnert, war, wie viele Personen sind im Haus? Er antwortete sofort vier, ohne zu wissen, dass seine Frau tot ist. Er, seine Frau und die zwei Kinder. Die Kinder der Verletters haben im Obergeschoss geschlafen. Sie haben nichts von dem Angriff mitbekommen. Im Polizeipräsidium sind sich die Beamten sicher, dass Gott die Tat gesteht. Doch sie erleben eine Überraschung. Lassen Sie uns einen Moment reden. Sind Sie okay? Offensichtlich glauben Sie, ich hätte es getan. Habe ich nicht. Warum glauben Sie das? Weil wir einen Ihrer Nachbarn haben, der Sie dabei beobachtet hat. Darum. Scott Verleta behauptet, keinerlei Erinnerung an den Mord zu haben. Nachbarn haben mich gesehen, wie ich sie in den Pool gestoßen habe. Sie machen Witze. Absolut nicht. Es tut mir leid. Ich erinnere mich an nichts. Freunde und Familie erzählen den Ermittlern, das Paar habe nie gestritten. Es hat nie einen offenen Konflikt zwischen der Mutter und dem Vater gegeben. Wenn es Unstimmigkeiten gab, wurden sie gütlich geregelt. Bei Jaminas Autopsie finden die Rechtsmediziner 44 Stichwunden sowie von wasserdurchtränktes Lungengewebe. Wir hatten die Frau mit zahlreichen Stichverletzungen in den Pool geworfen und unter Wasser gehalten. Und wir hatten auch den Ehemann, eine fromme religiöse Person, die uns erzählt, dass nicht er es war, der das getan hat. Die Entscheidung musste also fallen zwischen glauben wir ihm oder machen wir weiter und klagen wir ihn an. Im Kofferraum von Scotts Auto in einem Plastikcontainer findet die Polizei ein blutverschmiertes Messer. Scotts Kleidung ist ebenfalls in dem Auto. Scott und Jamila Fellater waren über 20 Jahre verheiratet. Scott ist Computeringenieur, Jamila hilft gelegentlich in der Vorschule. Sie waren ein paar seit der Highschool. Jamila war die einzige Frau, die Scott je getroffen hat. Und ich glaube, für Jamila galt das auch. Während des Polizeiverhörs bestreitet Scott nicht, seine Frau getötet zu haben. Er wiederholt jedoch, sich an nichts erinnern zu können. Scotts Schwester bietet eine mögliche Erklärung an. Sie erzählt der Polizei vom Schlafwandeln ihres Bruders. Sie ist von Scott während des Schlafwandelns angegriffen worden. Das ist Jahre zuvor in Illinois gewesen, wo sie aufwuchsen. Sie hatte versucht, Scott zu wecken, während er im Haus schlaf wandelte. Er erschrak durch ihre Störung und schleuderte sie quer durch den Raum. Dr. Martin Reuter arbeitet im Schlaflabor des St. Elisabeth Krankenhauses in Köln. Der Zustand des Schlafwandelns ist für ihn kein unbekanntes Phänomen. Der Schlafwandel ist eine nicht vollständige Weckreaktion, in der Regel aus dem Tiefschlaf heraus, selten aus dem Leichtschlaf. Die Leute werden wach, aber nicht vollständig und sind in der Lage dann einfache bis auch komplexere Bewegungsabläufe durchzuführen, aber mit schlechterer Reaktionszeit sind bewegungsmässig nicht so gewandt wie im richtigen Wachzustand. Schlafforscherin Dr. Rosalyn Cartwright bestätigt, dass es Schlafwandeln gibt, auch wenn es selten vorkommt. Einige Schlafwandler sind beispielsweise aus dem Fenster gesprungen oder stoßen ihren Arm durch eine Glastür, schlitzen die schönen neuen Möbel mit einem Fleischermesser auf oder treten eine Garagentür ein. Alles Patienten von mir und einige greifen Personen an. Die Person, die am dichtesten daneben steht, wird angegriffen. So kehrt die Frage wieder, hat Scott Verlethe geschlafwandelt, als er den Mord begangen hat? Um das herauszufinden, wird Scott einige Nächte in einem Schlaflabor überwacht. Im Schlaflabor würden wir, wenn es um Schlafwandeln geht, vor allem eine Videoaufzeichnung mitlaufen lassen, um zu erkennen und um aufzuzeichnen, was passiert in der Nacht, was für Bewegungen der Patient macht, ob er spricht, ob er sich aufsetzt oder ob er das Bett verlässt. Und was wichtig wäre für uns ist das Schlaf EEG, also die Messung der Gehirnströme, um festzustellen, aus welchem Schlafstadium heraus es zu diesem Schlafwandeln kommt. In der Regel wäre das ein Tiefschlafstadium. Forscher schließen Verletters Kopf an einen Polysomnographen an, der die Hirnaktivitäten misst. Ein Polysomnograph ist unser aufwendiges Gerät, was wir im Schlaflopper benutzen, um die Schlafqualität zu messen. Wir messen die Schlafstadien, Tiefschlaf, Leichtschlaf und Traumschlaf. Wir messen Atmung, wir messen den Puls, wir messen den Sauerstoffgehalt im Blut, die Körperlage, wir haben ein Schnarchmikrofon, wir haben Kabelableitungen an den Beinen, um Beinbewegungen auch zu erfassen und wir fertigen immer auch eine Videoaufzeichnung an. Die Ergebnisse zeigen, dass Scott Fellater durchaus Symptome aufweist, die Schlafwandler haben. Einige Schlafwandler haben so etwas wie eine neurologische Unreife. Scott Fellater erzählt der Polizei, dass er an dem besagten Abend versucht hat, eine gebrochene Pumpe im Pool zu fixieren. Er war noch nicht fertig, als ihn seine Frau zum Essen rief und sich die Familie versammelte. Beim Essen erzählte er von Problemen bei der Arbeit und dass er nicht wüsste, wie er sie lösen solle. Das angesprochene Arbeitsproblem kann die mögliche Einstellung eines Computerchip- Projektes gewesen sein, für das Scott verantwortlich ist. Passiert dies, würden alle seine Mitarbeiter ihren Job verlieren. Scott behauptet, nach dem Essen am Computer gearbeitet zu haben und dann ins Bett gegangen zu sein. Jamila habe im Erdgeschoss auf dem Sofa fern gesehen. Dr. Cartwright glaubt, dass Scott mit den Gedanken an die unerledigte Poolarbeit ins Bett gegangen ist. Im Schlaf will er die Arbeit beenden. Es kann sein, dass unerledigte Aufgaben Auslöder für Schlaf wandeln sind. Es würde dann aus dem Tiefschlaf heraus zu einer unverständigen Weckreaktion kommen und die unerledigte Aufgabe würde dann fortgesetzt. Das wäre allerdings eine Seltenheit. Scott Verleta steht auf, zieht sich an, nimmt eine Taschenlampe und ein Messer und geht zur Poolpumpe, um einen Plastikring zu schneiden. Als Jamila ihm folgt, erschreckt sie ihn und löst den gewaltsamen Angriff aus. Sie beginnen, etwas zu tun, was dem stressauslösenden Ereignis ähnelt. Wenn sie dabei gestoppt werden, kommt es zu einer Art Kampf. Ich muss das jetzt machen. Forschungen haben ergeben, dass Schlafwandler nicht in der Lage sind, Gesichter zu erkennen. Deshalb werden auch Bekannte angegriffen. Das ist unangenehm. Du weißt nicht, wo du gehst und was du tust. Doug Culdron hat mehrere Schlafwandel Ereignisse gehabt. Bei einem hat er seine Frau angegriffen. Ich saß auf ihr, wirkte sie und mir war nicht bewusst, was ich tat. Als ich aufwachte, merkte ich, dass etwas nicht stimmt. Doch während ich dass ich es gemacht habe. Es ist denkbar, dass Leute agieren, schlagen, ungezwillte Abwehrbewegungen machen, fuchteln oder auch sprechen und schreien. Personen, die normal schlafen, gehen von einem Schlafstadium in das nächste, ohne aufzuwachen. Aus ungeklärter Ursache können Schlafwanderer nicht erfolgreich von der Tiefschlafphase in die Traumschlafphase übergehen. Sie kommen in ein Zwischenstadium, nicht in die normale Schlaflosigkeit, aber auch nicht in kompletten Schlaf. Es ist zum Teil das eine, zum Teil das andere. Ein Teil des Gehirns funktioniert, als ob es wach ist, ein Teil ist es nicht. Wenn Scott Verleta tatsächlich geschlafwandelt hat, während er das Verbrechen begangen hat, dann ist er nicht verantwortlich. Einen Präzedenzfall dazu gibt es in Toronto. Der 23-Jährige Ken Parks ist freigesprochen worden, obwohl er seine Schwiegermutter umgebracht und seinen Schwiegervater angegriffen hat. Er fuhr 15 Meilen zum Haus seiner Schwiegermutter, ist ein paar Treppenstufen hinuntergestiegen, hat die Tür geöffnet und letztlich auf beide Personen eingestochen. Ich stimme zu, dass Schlafwandler in der Lage sind, gewalttätig zu werden. Wahrscheinlich gibt es über 100 publizierte Fälle von Personen, die offenbar schlafwandeln. Doch der Staatsanwalt ist nicht davon überzeugt, dass Scott Felater unschuldig ist. Auf der Suche nach einem möglichen Motiv für den Mord an Jamila Felater erfahren die Beamten, dass die Ehe zwischen dem Paar doch nicht so glücklich war, wie Freunde und Familie dachten. Scott Felater ist aktives Mitglied bei den Mormonen. Ermittlungen ergeben, dass ein Mann übelnimmt, dass er so viel Zeit in seine kirchlichen Aktivitäten steckt. Jamila zog eine Scheidung in Betracht. Sie fühlte sich offenbar von den Bedingungen der Kirche überfordert, während Scott sich vollständig verpflichtete. Zudem finden die Ermittler Beweise, dass Scott mehr Kinder wollte, Jamila jedoch nicht. Mormonische Familien haben typischerweise viele Kinder. Sie verweigerte sich offenbar und wollte keine weiteren Kinder zu den zwei Teenager. Zudem gibt es nicht erwiesene Vermutungen, dass einer der Eheleute eine Affäre hat. Die Staatsanwaltschaft engagiert ihren eigenen Schlafforscher, um Scott Verletters Verhalten in der Nacht des Mordes zu analysieren. Mark Pressman soll herausfinden, ob Scott tatsächlich geschlafwandelt hat. Als erstes bezweifelt Pressman die Bedeutung der Schlaftests von Verlete. Ich fand die Schlafstudien nicht besonders eindrucksvoll. Diese Kurven werden gewöhnlich auch bei Patienten gefunden, die beispielsweise eine Schlafapnoe haben. Es gibt über 40 Millionen Schlafapnoe in den Vereinigten Staaten, was bedeutet, das ist nicht spezifisch für Schlafwandler. Scott Verlete behauptet, in der tragischen Nacht mit Kontaktlinsen ins Bett gegangen zu sein. Dann steht er auf, zieht sich an und nimmt eine Taschenlampe mit nach draußen. Dr. Pressman behauptet, Schlafwandler können Tag von Nacht nicht unterscheiden. Das lässt vermuten, dass er wusste, dass es draußen frostig und dunkel ist. Das sind zwei Dinge, die Schlafwandler, soweit ich es weiß, nicht wissen, oder derer sie sich zumindest nicht bewusst sein oder be aware of. Dass ein Schlafwandler eine Taschenlampe benutzt, ist unwahrscheinlich, denn er bewegt sich beim Schlafwandeln so, als wäre es Tag, als würde er ganz normal tagsüber im Wachzustand agieren, wenn auch etwas weniger gewandt. Aber dass jemand eine Taschenlampe auspackt, ist eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht völlig ausgeschlossen. Der Nachbar behauptet, Scott im Haus beim Wechseln der blutigen Kleidung beobachtet zu haben. Die Sachen hat er dann in einem Plastikcontainer in seinem Auto verstaucht. Zudem hat er seine Verletzungen bandagiert. Er neu zeigt das, er war bei Bewusstsein, denn er realisierte, dass er verletzt ist. Er wusste, wie er die Verletzung behandeln musste und tat das auch erfolgreich. Der Nachbar sagt auch aus, dass Scott versucht hat, seinen Hund zu beruhigen. Scott behauptet keinen Schrei seiner Frau gehört zu haben, doch offensichtlich war er in der Lage, die Aufregung des Tieres zu bemerken. Eine Person, die schlaf wandelt, bemerkt einen Hund nicht. Das bedeutet, wenn er den Hund beruhigt hat, war er wach. Die Expertin der Verteidigung glaubt jedoch, dass es für das Ereignis mit dem Hund eine andere Erklärung gibt. Ich bin nicht so sicher, dass Scott den bellenden Hund beruhigt hat. Er soll an ihm hochgesprungen sein, so wurde es mir jedenfalls beschrieben. Also ich glaube nicht, dass sein Hörsystem funktioniert hat. Und Dr. Cartwright behauptet, Scott sei vor dem Ertränken nicht direkt auf Jamila zugegangen, sondern während des Schlafwandelns über sie gestolpert. Sie beruft sich dabei auf die erste Aussage des Nachbarn bei der Polizei. Seine erste Aussage war, Scott stand über dem Körper, starrte auf das Objekt in seinem Weg und rollte es dann in den Pool. Es war, als beseitige er ein Hindernis auf seinem Weg. Außerdem haben Studien ergeben, dass Stress und Schlafmangel die Hauptauslöser für Schlafwandeln sind. Er war jemand mit einer Schlafwandel Vergangenheit. Er hatte keine Erinnerung daran und keine Motivation. Er war verwirrt und ihn plagten Gewissensbissen. Ich denke, Teil der Faszination dieses Falles war es, zu versuchen, die Geheimnisse des Gehirns und Verstandes zu untersuchen. Wissen Sie, die letzte Grenze der medizinischen Wissenschaft ist das Gehirn. Es war zudem die Suche den Geheimnissen einer Familie. Im Jahr 1999 wird Scott Verleter des Mordes an seiner Frau Jamila angeklagt. Er bekennt sich nicht schuldig. Er schlaf wandelte, als die Tat passierte. Er war nicht bei Bewusstsein zu dieser Zeit. Tatsächlich täuschte ihm sein Gehirn einen Tiefschlaf vor. Schlafwandeln ist weltweit in zwei Dutzend Mordfällen als Verteidigung benutzt worden. Sie ging zu Boden und sie haben weiter zugestochen. Doch die Ankläger präsentieren den Geschworenen ein starkes Plädoyer, eines, das auf Logik und Wissenschaft beruht. Die Staatsanwälte sind überzeugt, dass Verlete sich vorgenommen hat, seine Frau zu töten und es wie das Werk eines unbekannten Angreifers aussehen zu lassen. Als die Kinder ins Bett gehen, sitzt Jamila auf dem Sofa. Die Anklage vermutet, dass Scott seine Frau unter einem Vorwand an den Pool lockt und dort auf sie einsticht. Danach wäscht er sich im Obergeschoss und bandagiert seine Hand. Mordwaffe und blutige Kleidung verstaut er in seinem Kofferraum. Auf dem Weg zurück zum Pool beruhigt Scott den Hund und bemerkt, dass Jamila noch atmet. Deshalb stößt er sie in den Pool und ertrinkt sie. Laut Staatsanwaltschaft ist sein eigentlicher Plan, sich zurück ins Bett zu legen. Am nächsten Morgen sollen die Kinder die Leiche ihrer Mutter finden. Man kann es sich richtig vorstellen. Er erwacht, bemerkt, dass seine Frau nicht da ist, weckt die Kinder und spielt den Entsetzten. Alle drei gehen ins Erdgeschoss und finden sie im Pool treibend, ermordet von einem unbekannten Täter. Das war sein Plan. Doch dieser Plan wird durchkreuzt, weil sein Nachbar alles gesehen hat. Das war das Einzige, was Scott Verletha nicht vorhersehen konnte. Die Ankläger vermuten, Scott hat von dem Fall in Toronto gewusst und sich deshalb die Geschichte mit dem Schlafwandeln überlegt. Dr. Pressman hat den Fall Verletha für die Staatsanwaltschaft untersucht. Er hat bei der Tatausübung 65 Handlungen festgestellt, die mit dem Verhalten eines Schlafwandlers unvereinbar sind. Er behauptet, allein die Berührung mit kaltem Wasser hätte gereicht, um das Schlafwandeln zu beenden. Ich denke, alle Beweise zeigen, dass er wach gewesen ist. Alle Beweise zeigen, dass seine Handlungen zu kompliziert waren für einen Schlafwandler. Eine Berührung mit kaltem Wasser oder auch eine einfache Berührung mit der Hand reicht längst nicht immer. Oft ist viel mehr erforderlich schütteln, ansprechen. Es kann durchaus mehrere Minuten dauern, bis das Kind oder der Patient vollständig aufgewacht ist. Diese Aussage beweist, wie kontrovers das Thema Schlafwandeln diskutiert wird. Die Verteidigung behauptet, Scotts Handlungen wären zu unlogisch für jemanden, der wach ist. Ich bin überzeugt, er hat geschlaff wandelt, sonst hätte er die Beweise nicht dagelassen. Er hätte die Kleidung nicht in sein Auto getan und er hätte den Pool nicht voller Blut gelassen. Nichts davon ergibt für mich einen Sinn. Scott Verlete tritt zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand. Ich nehme an, ich muss verrückt geworden sein. Etwas in meinem Kopf ist kaputt. Doch die Geschworenen glauben ihm nicht. Wir, die Geschworenen ordnungsgemäß in der oben genannten Sache bestellt, befinden den Angeklagten des Mordes für schuldig. Scott Verlete wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anzahl der Stichwunden, die Tatsache, dass sie im Pool ertränkt und unter Wasser gehalten wurde, lässt mich nicht glauben, dass er geschlaf wandelt hat. Kleidung verstecken und den Kofferraum öffnen, Krach machen, die Kleidung sogar mehrere Male wechseln, die Treppen hoch und runter steigen. Ich meine, kommen sie, das ist ein bisschen viel Aktivität. Sie sagten, dass trotzdem Menschenverstand, es trotzdem Verständnis von menschlichem Verhalten. Und dennoch waren sie bereit der Verteidigung aufmerksam zuzuhören. Sie sagten, dass seine Glaubwürdigkeit unter dem Druck der Aussage des Nachbarn zerbrochen ist. Ich kann mir in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen, dass ich vorsätzlich meine Frau umbringe. Ich kann nicht verstehen, wie sie das mit Bestimmtheit sagen können. Ich habe kein Schuldurteil erwartet. Wie wichtig war die Wissenschaft? Unglücklicherweise, was die Geschworenen betrifft, wohl nicht wichtig genug. Nicht zu allen ist sie vorgedrungen. Das kann nicht weit von der Wahrheit entfernt sein. Sie haben es gut verstanden. Sie haben ihm nur nicht geglaubt, dass er geschlafwandelt hat, als er sie tötete. Die Wissenschaft des Schlafwandelns ist, wie jede andere Wissenschaft auch, anfällig dafür, missbraucht zu werden. Und das geschah in diesem Fall. Scott Verlater wollte sie missbrauchen. In einer bitterkalten Nacht steht ein Familienhaus in Flammen. Ein Mann wird getötet, seine Frau wird verletzt. Eine Zeugin gibt die Schuld an dem Brand einem Kerosin Ofen. Die Ermittler vermuten Brandstiftung. Und so muss die forensische Wissenschaft klären, Ob es ein Unfall oder kaltblütiger Mord war. Das Wetter in Jackson Georgia ist die meiste Zeit des Jahres warm. Doch im Januar 2003 gibt es einen Kälteeinbruch mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Obstanbauer benutzen Kerosinöfen, um ihre Orangen zu retten. Jim und Gene Long verwenden den Ofen in der Werkstatt ihres Hauses, damit die Rohrleitungen nicht einfrieren. Doch etwas geht komplett schief. Als die Feuerwehr kommt, steht das Haus in Flammen. Gene Long ist mit dem Brand entkommen. Ihr Ehemann Jim ist eingeschlossen. Mein Schwiegervater kam zur Haustür und weckte uns. Er sagte, es brennt im Haus deines Vaters. Es ist sehr schlimm. Es versank in den Flammen. Ein schockierender Moment. Feuerwehrleute suchen die Gegend um das Haus ab, doch es gibt keinen Hinweis darauf, dass Jim Long entkommen ist. Ich hoffte, dass mein Vater da einfach heraus spaziert, doch leider nein. Dem Haus der Longs ist eine Werkstatt angeschlossen, in der Jim sein Baumwerkzeug aufbewahrt. Alles steht in Flammen. Als der Brand gelöscht ist, schneiden sich die Beamten durch die Metallwände und finden die Leiche des 53-jährigen Mannes. Es ist fast so, als glaube man nicht, was geschehen ist. Es war sehr schlimm, wie ein Traum, aus dem man aufwachen möchte. Gene wird ins Krankenhaus gebracht, wo kleinere Schrammen und Abschürfungen behandelt werden. Eine Wunde ist an ihrem Kinn. Sie berichtet den Ermittlern, dass ihr Mann versucht hat, den Ofen mit Kerosin zu befüllen und es dann zu einer Explosion gekommen ist. Er brannte und sie versuchte, das Feuer mit ihren Händen auszuschlagen. Dabei fingen ihre Handschuhe Feuer. Gene behauptet, sie sei dann panisch ins Haus gelaufen, um die Feuerwehr zu alarmieren. In den Überresten des Brandes finden die Ermittler den Kerosin Ofen. Doch der Nachfüllkanister steht unbeschädigt vor der Werkstatttür. Das widerspricht Jeans Version der Geschichte. Ermittler Mike Overbay glaubt zudem, dass die Positionierung von Jims Leiche ebenfalls verdächtig ist. Es schien, als wären seine Knie gestreckt und die Arme über den Kopf. Für mich sah es aus, als hätte ihn jemand in diese Stellung zu diesem bestimmten Ort gezogen oder getragen. Das war das Erste, was mir auffiel. Er lag nicht in dieser zusammengekommten Position, wie man es bei den meisten Bränden sieht. Brandopfer zeigen in einer Vielzahl von Fällen eine typische Haltung, und zwar die Reaktion, dass man sich schützen will und zusammen krümmt. Insofern sind Brandopfer in einer gestreckten Form eigentlich sehr ungewöhnlich. Zusätzlich findet Overbay Brandmuster um das Opfer herum, wie sie durch Brandbeschleuniger entstehen. Unter gewissen Umständen lässt sich das Ausbringen eines Brandbeschleuners auch im Nachhinein auf einem Boden erkennen. Das kommt sehr darauf an, was es für ein Boden ist. Es gibt gewisse Steine, die porös sind, Brandbeschleuniger aufnehmen, dadurch andere Abbrandverhalten zeigen, bei Kunststoffböden ohnehin. Es gibt auch bei Betonböden die Möglichkeit, dass dort, wo der Brandbeschleuniger ausgebracht war, besonders hohe Temperaturen waren und der Beton abplatzt. Insofern ist es nicht regelmäßig, aber häufig der Fall, dass man das Ausbringen von Brandbeschleunigern im Er wurde absichtlich angezündet. Auch Brandopfer kommen zur Autopsie in die Rechtsmedizin. Das Augenmerk bei der Sektion liegt jedoch auf besonderen Aspekten. Bei der Obduktion eines Brandopfers achte ich natürlich darauf, ob sich äußere Verletzungen finden, die nicht in Einklang sind mit der Brandeinwirkung. Bei der inneren Besichtigung würden wir dann vornehmlich darauf achten, ob sich in der Luftröhre im Bronchialsystem Rußpartikel finden, die dafür sprechen, dass derjenige geatmet hat, als er in den Brand gekommen ist. Und das gleiche gilt für den Magen. Wir würden gucken, ob Rußpartikel verschluckt worden sind, was ebenfalls dafür sprechen würde, dass die Person zum Zeitpunkt des Brandes gelebt hat. Und tatsächlich findet der Rechtsmediziner während der Autopsie von Jim Long Verdächtiges. In den Lungen des Brandopfers findet sich verhältnismäßig wenig Schmutz, Ruß und Rauch. Mr. Long hatte nicht genug Chemikalien im Blut für eine Person, deren Tod durch eine Rauchvergiftung eingetreten sein soll. Er hätte Rauch einatmen müssen. Er hatte zwar Ruß im Rachen, aber nicht so viel, dass er ihn getötet hätte. Schaut man sich bei den Obduktionen von Brandopfern die Luftröhre an, so findet man hier typischerweise kleine Rußpartikel, die von dem Opfer eingeatmet worden sind, und erstaunlich ist es natürlich in dem Zusammenhang dann, wenn sich bei solchen Personen kein Ruß in der Luftröhre oder im Bronchialsystem findet, weil das eher dafür sprechen würde, dass diese Person nicht zu Lebzeiten in den Brand gekommen ist. Zudem hat Jim einen Schädelbruch. Dr. William Bass, ein anerkannter forensischer Anthropologe von der Universität von Tennessee, wird nach seiner Einschätzung gefragt. Wir hatten drei auffällige Brüche ausgehend von der gleichen Stelle, nämlich einem Loch im Schädel. Das ist ein Hinweis darauf, dass es zu einer stumpfen Gewalteinwirkung gekommen ist, die nicht mit dem Feuer zusammenhängt. Der Tod ist also durch Hitzeeinwirkung und einen Schlag auf den Kopf eingetreten. Das heißt, Jim Long ist ermordet worden. Mordermittler Michael Overbay bittet Gene Long aufzuklären, was in der Nacht des Feuers passiert ist. Gene sagt erneut aus, ihr Mann habe den Ofen mit Kerosin befüllt, als er explodiert ist. Sie sagten, er entzündete es innen. Er entzündete es nicht, er befüllte es neu. Mit was? Kerosin. Mit welchem Kanister? Einem roten. Doch der rote Kanister ist außerhalb der Werkstatt gefunden worden. Wie kam er nach draußen? Keine Ahnung. Nach wie vor beschäftigt Overbay die ausgestreckte Haltung des Opfers. Zudem finden sich unter Jims Leiche mehrere Sprühdosen. Eine lag unter seinem Kopf, eine war unter seinem rechten Bein und eine unter seinem Rücken. Das erschien mir sonderbar. Diese Dinge können benutzt werden, um die Zerstörung eines Körpers bei einem Feuer zu beschleunigen. Die Muster auf dem Fußboden sind ebenfalls verdächtig. Die hier werden Brandbeschleuniger Muster genannt. Nichts anderes auf diesem Planeten verursacht diese Markierungen. Speziell auf Beton werden sie hinterlassen. Wenn ein Brandbeschleuniger ausgeschüttet wird, wissen Sie, was ich meine? Jean hat behauptet, die Feuerwehr aus dem Wohnhaus benachrichtigt zu haben. Doch die Ermittler finden die Haustür abgeschlossen vor. Dass Jean die Tür noch verriegelt hat, sehen die Ermittler als Beweis dafür, dass sie es nicht eilig hatte, ihren Mann zu retten. Ihr Mann verbrennt in dem Gebäude. Sie schafft es nach draußen und hat sogar noch Zeit, die Tür abzuschließen. Für mich ist das sehr entscheidend. Glauben Sie, die Geschworenen kaufen Ihnen das ab? Ich sage Ihnen jetzt, Sie werden es nicht. Mike Overbay bittet Jean, einen Lügendetektor-Test zu machen. Sie ist einverstanden. Sie wurde ganz direkt gefragt, ob sie ihren Mann mit Benzin überschüttet und angezündet hat. Sie fiel bei dieser Frage genauso durch, wie bei der, ob sie anwesend war, als ihr Mann ermordet wurde. Die Ermittler finden heraus, dass Jim sich über seine Frau ärgert, weil sie jedes Jahr so viel Zeit in Kansas bei den Verwandten verbringt. Gerüchte entstehen, dass Jim seine Frau verlassen will. Mike Overbay vermutet, dass es in der Nacht des Feuers zu einer Diskussion über eine Scheidung gekommen ist, die in einer Auseinandersetzung endet. Unsere Theorie ist, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen Mr. Long und seiner Frau gekommen ist. Ich vermute, dass ihre Abschürfungen am Kinn und sein Schädelbruch daherstammen. Ich glaube, sie hat ihn mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Overbay glaubt, dass Jim ihren Mann in Panik mit Benzin überschüttet und anzündet. Unbewusst nimmt sie den Kanister mit aus der Werkstatt, als sie die Feuerwehr alarmiert. Ich denke, das waren alles starke Indizien und wir hatten alle anderen Hypothesen für seinen Tod ausgeschlossen. Am Tag nach der Beerdigung ihres Mannes wird Jean Long der Brandstiftung und des Mordes angeklagt. Sie schien nicht sehr geschockt. Sie machte keine Aussage und verhielt sich, als würde sie es akzeptieren. Ihren Anwälten erzählt Jean erneut, dass es in der Werkstatt eine Explosion gegeben hat und dass es dafür in der Asche Beweise geben muss. Jean Longs Familie engagiert die Anwälte Wade Crumbly und Barbara Moon. Die Rechtsanwältin trifft Jean im Gefängnis. Sie war eine gebrochene Frau. Sie spielte mit ihren Händen und zitterte unglaublich. Ich denke, sie war sehr aufrichtig und ich vertraute ihr. So einfach ist das. Eine Woche später stellt Jeans Kirchengemeinde das Geld für die Kaution. Jeans Familie besteht darauf, dass die Ehe mit Jim glücklich war. Jims Tochter aus einer früheren Verbindung bestätigt das. Ich war stolz, dass er jemanden getroffen hat, mit dem er glücklich war. So war er nicht allein. Wenn man Jim traf, sah man auch Gene. Triffst du einen, siehst du beide. Sie waren immer zusammen. Ein finanzielles Motiv ist unwahrscheinlich, denn Jims Lebensversicherung beläuft sich auf weniger als 40.000 Dollar. Für die Anklage ist der Fall jedoch so gut wie abgeschlossen. Sie hatten die Theorie, dass Gene die Möglichkeit sah, ihn loszuwerden. Sie übergoss ihn, zündete ihn an und erzählte jedem, dass es ein Unfall war. Die Verteidiger bitten John Lentini, einen national anerkannten Brandermittler, um seine Einschätzung. Mit allem Respekt vor der Brandermittlung, aber das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und ich habe in meinem Leben eine Menge schlechte Brandermittlungen gesehen. Das war die Kräulung. Die Ermittler vor Ort vermuten, dass ein Brand einsbeschleuniger ausgeschüttet wurde, um das Feuer zu entzünden. Lentini entdeckt jedoch, in der Werkstatt Treibstoffkanister für das schwere Gerät lagern. In dem Schuppen gab es Fahrzeuge und Tanks mit Acetylen und welche mit Propan und es gab Behälter mit flüssigen Brennstoffen. Er hatte dort Kettensägen, jede Menge Papier, Kleidung, viele Brennstoffe. Wenn die einmal hochgehen, Lentini bezweifelt die Annahme der Polizei, dass neben der Leiche Brandbeschleuniger Flecken sind. Bei der enormen Hitze eines Feuers ist eine solche Bestimmung nicht möglich. Wenn der ganze Raum beteiligt ist, bekommt man viele Flecken, die leicht fehlinterpretiert werden können. Das passiert ständig. Ich habe sie schon versehentlich verursacht und auch absichtlich. Die Mordermittler finden die Positionierung von Jims Leiche verdächtig. Wir vermuteten von Anfang an, so wie er auf dem Rücken lag, mit seinen über den Kopf ausgestreckten Armen und seinen geraden Beinen, dass ihn dort jemand platziert hatte. Doch Gene hat immer behauptet, dass ihr brennender Mann wild herumgetorkelt ist. Ist es möglich, dass sich Jim den Schädelbruch an einem nahestehenden Metalltisch zugezogen hat und dabei bewusstlos geworden ist? Ich kann Ihnen sagen, dass es einen Schlag an die Kopfseite gegeben hat, der den Bruch verursachte. Wer oder was den Schlag verursacht hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ob er auf eine metallische Werkbank gefallen sein könnte? Ja, könnte sein. Lentini glaubt, dass die Anklage wegen Brandstiftung und Mordes zu voreilig erhoben worden ist. Und dass der Kerosinofen schuld ist. Man füllt hier das Kerosin oder den Dieselbrennstoff ein. Dann wirft man einen Docht hinterher. Was passiert? In dem Feuermäer da unten wird jede Menge Ruß gebildet, der sich wie Holzkohle selbst entzünden kann. Wenn man also nicht genug Zeit zum Auskühlen gewährt, ist das sehr gefährlich. Dann führt Lentini mit einem Gaskromatografen eine Analyse der Rückstände durch. Überraschenderweise findet er Benzin und nicht Kerosin. Gasolin oder Benzin in dem Sinne und Kerosin sind beides Treibstoffe. Kerosin kennt man zum Beispiel bei Flugzeugen. Vereinfacht kann man sagen, Kerosin ist eine Art von Gieseltreibstoff, während Benzin in den Autos, Benzinmotoren verbrannt wird. Beide unterscheiden sich in ihrer Viskosität und ihren Entzündungsverhalten. Während Benzin bei relativ niedrigen Temperaturen entflammt ist das bei Kerosin nicht der Fall. Da braucht man höhere Temperaturen. Und das ist der optische Beweis. Während das Kerosin auf die Flamme kaum reagiert, entzündet sich das wenige Benzin sofort. Der Unterschied in der Entflammbarkeit von Kerosin und Benzin ist enorm. Ich habe mit Bränden zu tun gehabt, bei denen Kerosin Öfen versehentlich mit Benzin befüllt wurden. Das endete immer an Großfeiern. Gene behauptet, sie hätten den Ofen draußen benutzt und erst später reingeholt. 4,5 Liter Benzin entsprechen ungefähr 20 Stangen Dynamit. Als Jim das Benzin in den Ofen schüttet, kommt es zu der von Gene beschriebenen Explosion. Die Rückstände des Benzins in dem Drecktopf sind der physikalische Beweis, dass Mrs. Longs Geschichte stimmt. Das passt zusammen und diesen Part konnte sie nicht fälschen. Das Kritische bei Benzin ist das relativ frühe Verdampfen bei geringeren Temperaturen. Das heißt, beim Einfüllen von Benzin in einen solchen Heizofen verdampft sofort eine gewisse Benzinmenge, die dann beim Zünden zu einer Explosion führt. Der Brennstoffkanister vor der Werkstatt beinhaltet Kerosin, was beweist, dass er bei dem Feuer keine Rolle gespielt hat. Während des Prozesses von Gene Long zeigt die Anklage dem Geschworenen eine Videoaufzeichnung von dem Verhör. Darin widerspricht sich die Angeklagte. Und dann fiel er auf den Boden. Aber das ist es doch, was Sie mir erzählt haben, Miss Gene. Ich versuche nur zusammenzufassen, was Sie mir erzählen, damit es einen Sinn ergibt. Und das tut es nicht. Das macht auch für mich keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Wie soll es dann für mich einen Sinn ergeben? Die Verteidiger benutzen das gleiche Video, um etwas anderes zu zeigen. Overbay verwendet eine Standardtechnik der Polizei. Als er das Verhör beendet, verlässt er den Raum, die Aufzeichnung läuft jedoch weiter. In dieser Situation sagen Verdächtige oft etwas Belastendes. In diesem Fall ist es jedoch anders. Oh Gott, hilf mir. Hilf mir, es ihm zu erklären. Du weißt, ich habe es nicht getan. Was Major Overbay versucht hat, wendet sich gegen ihn. Ich denke, er hat gehofft, dass sie etwas sagt, was sie belastet. Und was hat sie getan? Sie wendet sich an Gott und bittet um Stärke, damit sie das feindselige Verhör übersteht. Für die Verteidigung ist eindeutig, das Feuer ist ein Unfall gewesen. Jim Long hat den Kerosin Ofen versehentlich mit Benzin gefüllt. Die Folge ist die Explosion. Gene versucht hektisch das Feuer auszuschlagen. Als ihr das nicht gelingt, geht sie Hilfe holen. Irgendwann schlägt Jim mit seinem Kopf gegen die Werkbank, zieht sich einen Schädelbruch zu und stirbt. Die Verteidigung hat keine Erklärung, warum Gene die Tür hinter sich abgeschlossen hat. Wahrscheinlich war es aber reine Gewohnheit, so wie sie es immer macht. Die Angeklagte tritt zu ihrer eigenen Verteidigung in den Zeugenstand. Sie war sehr aufrichtig, jedoch erschrocken über das, was ihr passiert ist. Sie durchlebte noch einmal die Geschehnisse der Nacht. Die Geschworenen erfahren nie etwas über die Ergebnisse des Lügendetektor Tests. Lügendetektor Tests sind unzulässig, sie zuverlässig, Punkt. Jeans Familienangehörige glauben, dass Medikamente sie beeinflusst haben. Sie war richtig aufgeputscht. Sie nahm die Pillen, die ihr im Krankenhaus verschrieben worden sind, damit sie ruhig bleibt und alles ein bisschen besser ertragen kann. Nach acht Tagen Beweisaufnahme beraten sich die Geschworenen nur drei Stunden, bevor sie ihr Urteil verkünden. Sie befinden Gene Long in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Dieser Prozess hätte nie stattfinden dürfen. Sie hätten sich Rat bei einem Experten holen sollen. Ich bin ausgebildet in Verbrechenserkennung, Tatortanalyse und Rekonstruktion. Bis heute ist Mike Overbay mit dem Urteil und John Lentinis Schlussfolgerungen nicht einverstanden. Ich glaube noch heute zu 100% wie auch damals im Prozess, dass sie ihren Mann getötet hat. Ich glaube sie ist davon gekommen. Die unbeantwortete Frage für mich ist, warum haben die Geschworenen so entschieden? Nach dem Freispruch verlässt Gene Long Georgia und versucht ihr Leben neu zu ordnen. Sie trauert noch immer. Sie ist jetzt in der Lage nicht immer an den Prozess denken zu müssen. Sie arbeitet ihre Gefühle auf. Die Überreste von Jim und Jean Longs Haus und Werkstatt stehen noch immer. Sie sind ein Mahnmal dafür, dass forensische Wissenschaft Schuldige überführen und Unschuldige beschützen kann. Ich würde das anderen Familien gerne ersparen. Andere Leute sollen nicht durchmachen, was wir erleben mussten. Wir benötigen in unserem Rechtssystem Beweise, dass es wirklich eine Brandstiftung war und die hatten wir hier nicht. Das war kein Verbrechen, bei dem die falsche Person angeklagt war. Es gab kein Verbrechen. Es war ein Unfall. In den 50er-Jahren sucht die Polizei überall in Kalifornien nach einem Mann, der in einer Nacht eine Serie von Verbrechen begeht. Über 1000 Hinweise werden überprüft, doch letztendlich ohne Erfolg. Fast fünf Jahrzehnte später enthüllen Computertechnologie und Handschriftenanalyse die alte Weisheit, dass man zwar flüchten, sich aber nicht immer verstecken kann. In den 50er-Jahren ist das Leben noch unbeschwert. Es ist das goldene Zeitalter des Fernsehens, mit Serien, die die Unschuld der Zeit darstellen. Wie kannst du beim Zählen Geld verlieren? Jedes Mal, wenn ich's ansehe, fällt mir etwas ein, was ich brauche. Automobile werden nicht nur benutzt, um damit herumzufahren. Die Rückbank war damals das, was heute Motels für junge Leute sind. Du hattest die Chance, ein Mädchen zu küssen, ohne gestört zu werden. Und genau das ist es, was Bob DeWaugh am 22. Mai 1957 macht. Mit seiner Verabredung und einem anderen Paar hält er auf einem abgelegenen Parkplatz in der Nähe von El Segundo. Die Gegend ist als Lovers Lane bekannt. Die Fenster waren beschlagen, ganz normal eben, wenn du mit deiner Freundin eine Stunde lang küssend im Auto sitzt oder wie lang auch immer. Als Bob das Fenster für etwas Frischluft öffnet, bemerkt er, dass sie nicht allein sind. Ich sah die Waffe durchs Fenster kommen, mein Leben zog in Sekundenbruch teil an mir vorbei. Der Mann weiße Hautfarbe Anfang 20 verlangt Geld und Schmuck. Dann fordert er die Paare auf, aus dem Auto zu steigen und sich zu entkleiden. Er fesselt sie hinter dem Rücken und zwingt drei Personen wieder einzusteigen. Dann vergewaltigt er eines der Mädchen. Wir konnten ihn nicht stoppen, er hatte die Waffe. Später müssen sich alle am Straßenrand aufreihen. Ich war mir sicher, dass er das Mädchen umbringt, da sie ihn gesehen hatte und dass er auch uns tötet. So standen wir da draußen nackt und warteten darauf, dass die Waffe losgeht. Doch der Mann fährt davon, ohne einen Schuss abzugeben. Bevor die Teenager die Polizei alarmieren können, fährt ihr Angreifer über eine rote Ampel und wird dabei von zwei Beamten beobachtet. Das Auto war noch nicht als gestohlen gemeldet und deshalb nicht im System. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass das Auto zu einem Verbrechen benutzt worden ist. Die Beamten signalisieren dem Fahrer, er möge stoppen. Er steigt aus dem Auto und beginnt plötzlich zu schießen. Auf beide Polizisten je dreimal. Das letzte, was Officer Phillips machte, er zog selbst seine Waffe und schoss sechsmal in die Richtung des Fliehenden. Als die Rettungskräfte eintreffen, sind beide Polizisten tot. Das gestohlene Auto wird nach kurzer Zeit vier Häuserblöcke weiter gefunden. Es hat zwei Einschusslöcher in der Heckscheibe und eins im Kofferraum. Wie ist es einem sterbenden Officer mit drei Kugeln im Rücken möglich, sich aufzurichten und ein davonrasendes Auto dreimal zu treffen? Das ist einfach erstaunlich. Zwei Kugeln werden gefunden, doch die dritte fehlt. Ist es möglich, dass der sterbende Officer Phillips den Angreifer getroffen hat? Wenn man sich diese Fotografien ansieht, er muss getroffen worden sein. In El Segundo trauert die ganze Stadt um die erschossenen Polizisten. Die Bevölkerung ist geschockt. Der 25-jährige Milton Curtis war erst seit zwei Monaten bei der Einheit. Er hinterlässt seine schwangere Frau und zwei Kinder. Ich verstand nicht, was das alles sollte. Es war, als ob er schlief. Warum kam er nicht zum Schlafen nach Hause? Sie sagten, er sei im Himmel. Das zweite Opfer ist der 29-jährige Richard Phillips. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Tochter Carolyn erinnert sich an ein Versprechen, das die Polizei gemacht hat. Wir schwören, egal wo du bist, egal wie viel Zeit vergeht, wir werden dich finden und den Fall lösen. Schon bald finden die Ermittler heraus, dass das gestohlene Tatfahrzeug Bob DeWaw gehört. DeWaw beschreibt den Mörder als weißen Mann Anfang 20, 1,90 groß, 80 Kilo schwer, mit schwarzem Haar und einem merkwürdigen Akzent. Er kam nicht aus der Gegend. Er sprach leise, ruhig und sehr langsam. Es klang nicht sehr gebildet, ein bisschen breit. Howard Speaks hat das gestohlene Auto untersucht. Als sie mich anriefen und sagten, dass zwei Polizisten erschossen worden sind, wusste ich um die Wichtigkeit der Situation. Wenn es Beweise zu finden gab, musste ich sie finden. Über seine Entdeckungen ist Speaks jedoch enttäuscht. Am Rückspiegel war nichts. Das ist normalerweise ein guter Platz, um Fingerabdrücke zu finden, denn der Fahrer muss ihn ja ausrichten. Da es war nichts am Rückspiegel zu finden. Am Lenkrad ist das anders. Speaks findet zwei Teile eines Fingerabdrucks, die vermutlich beide vom linken Daumen stammen. Ich habe die beiden Teile, die beiden Seiten der Abdrücke zusammengesetzt und so einen ganzen Daumen Abdruck erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, zwei Teilabdrücke eines Fingers zu finden, ist sehr gering. In meinen 18 Jahren Fingerspur Arbeit haben wir so etwas noch nie gemacht. Die Ermittler vergleichen den linken Daumenabdruck mit allen bekannten Abdrücken in ihrer Verbrecher Kartei. Die ganze Analyse wird per Hand durchgeführt. Es dauert mehrere Wochen, doch kein Abdruck stimmt überein. Tausende Personen wurden abgeglichen. Doch am Ende der zahlreichen Überprüfungen war ich mir nicht sicher, ob er jemals identifiziert wird. Die Teenager haben ausgesagt, dass der Angreifer einen südlichen Akzent gehabt habe. Deshalb vermuten die Ermittler, er könne von der nahegelegenen Militärbasis kommen. Ich verbrachte eine Woche, damit die Fingerabdrücke der Armee Angestellten zu überprüfen. Doch auch das bringt nichts. Ich war überzeugt, er würde gefasst. Doch nach einer längeren Zeitspanne war es, als hätte sich nichts getan. Alles verlief im Sande. Es dauert drei Jahre, bis die Polizei ihren ersten wichtigen Durchbruch erzielt. Ein Hausbesitzer in der Nähe des Tatortes findet in seinem Garten den Teil einer Handschusswaffe. Er hat seinen Garten gemacht und dabei die Trommel eines Revolvers gefunden. Vielleicht hatte die etwas mit dem Rahmen zu tun, den er ein Jahr zuvor gefunden hatte. Er ging in seine Garage, steckte beides zusammen und es passte. Die Polizei identifiziert die Waffe als einem neunschüssigen Harrington & Richardson Revolver Kaliber .22. Anhand der Seriennummer enthüllen die Beamten, dass die Pistole von einem G.D. Wilson bei Sears in Shreveport, Louisiana gekauft worden ist. Als sie den Verkäufer verhörten, vermutete dieser, dass der Täter nicht aus der Stadt käme. Sein Akzent hätte nicht nach Louisiana geklungen. Er klang mehr südlich. Am Tag, als die Waffe gekauft wurde, hat ein George D. Wilson in der YMCA gegenüber von Sears ein Zimmer gemietet. Wir waren tatsächlich in dem Raum, den George Wilson gemietet hatte. Vom Fenster aus konnte man den Sears Laden sehen. Es war in irgendeiner Art und Weise überwältigend, da zu sein und zu versuchen herauszufinden, was in dem Gehirn des Mannes vorgegangen ist, als er dort war. George Wilson gibt seine Heimatadresse mit Miami, Florida an. Die Adresse schien in Rock Quarry zu sein, doch dort war nichts. Über vier Jahre haben sie jede Person mit diesem Namen in den Vereinigten Staaten überprüft. Doch nichts kommt dabei heraus. Und schon bald ist klar, George Wilson ist nicht der richtige Name des Mörders. Über Jahre sucht die Polizei von Kalifornien vergeblich nach dem Mann, der vier Teenager ausgeraubt, deren Auto gestohlen und zwei Polizisten getötet hat. Trotz einiger vielversprechender Hinweise gelingt es den Ermittlern nicht, einen Verdächtigen zu finden. Spuren nahmen wir in diesem Fall in den 70er, 80er und 90er Jahren auf. Spuren waren Personen, die etwas mit dem Fall zu tun haben könnten. Jeder, der bei Lavas Lane mit einer Waffe auftauchte und jeder, der auf die gleiche Weise Verbrechen beging, wurde zu einer Spur. Ich finde es unvorstellbar. Mit dieser Ermittlung hätte ich nichts zu tun haben wollen. Das hätte mich überfordert. Dann, im September 2002, nahezu fünf Jahrzehnte später, ruft eine Frau bei der Polizei von El Segundo an. Sie erzählt eine unglaubliche Geschichte. Sie behauptet, ihr Onkel habe damit geprahlt, in den 50er Jahren zwei Polizisten umgebracht zu haben. Dieser Anruf brachte die Hoffnung zurück. Als die Polizei den Mann mit den Vorwürfen konfrontiert, beschreitet er alles. Seine Fingerabdrücke werden mit denen aus dem Tatfahrzeug verglichen. Sie stimmen nicht überein. Doch diese Geschehnisse lenken die Aufmerksamkeit einer neuen Experten Generation auf den Fall. Dale Felican und Don Keir beschließen, sich den gesicherten Daumenabdruck noch einmal genau anzusehen. Mittlerweile hat die Computertechnologie Einzug gehalten. Der Fingerabdruck wird digital bearbeitet, sodass die Merkmale besser zu erkennen sind als beim Original mit Tinte. Manchmal gibt es Bereiche, die sind nicht klar. Die können verwischt sein oder Merkmale sind nicht eindeutig. Der Computer zählt und hieß diese als besondere Charakteristika. Der Fingerabdruck des Mörders wird in eine Datenbank namens AFIS eingegeben. Das automatisierte Fingerabdruck Identifizierungssystem, kurz AFIS, ist mittlerweile weltweit im Einsatz und erspart die Suche per Hand. Auch die Ermittler vom LKA Niedersachsen setzen AFIS ein. Der Vorteil von AFIS liegt darin, dass man in wesentlich größeren Datenbeständen recherchieren kann, mit einer relativ hohen Treffer Wahrscheinlichkeit. Der Vorteil liegt darin, dass man überhaupt in der Lage ist, große Datenbestände überhaupt aufzubauen, weil eben durch dieses automatisierte Verfahren so viel Zeit nicht mehr notwendig ist, wie das zum Beispiel vorher bei einem manuell gestützten Bund-Länder-System der Fall war. Dort musste also jedes einzelne Merkmal von Hand in den Rechner eingegeben werden. Diese Dinge übernimmt heute die Maschine. 47 Millionen Fingerabdrucksätze werden verglichen und einer scheint tatsächlich zu passen. Wir standen vor dem Computer und starrten auf den Bildschirmen. Alle Rillen, Strukturen und die anderen Informationen stimmten. Meine Worte waren Oh mein Gott. Ich konnte es nicht glauben. Ich musste mich setzen und ließe sie wiederholen, um sicher zu gehen, dass sie keinen Witz machten. Der Abdruck gehört Gerald Mason, der mittlerweile 70 Jahre alt ist. Er lebt in Columbia, South Carolina und ist 1956 wegen eines Einbruchs festgenommen und registriert worden. Die Behörden in South Carolina haben gerade zwei Monate vor der Abfrage ihre Fingerabdrücke in die landesweite Datenbank eingegeben. Mason ist verheiratet gewesen, hat Kinder und Enkel. Er besitzt einige Tankstellen und ist seit dem Arrest in den 50er Jahren nicht mehr polizeiauffällig gewesen. Nun hatten wir einen Verdächtigen und waren dennoch besorgt. Wir hatten einen Fingerabdruck jedoch sehr alt, aber sonst hatten wir nichts. Bob DeWall, eines der Überfallopfer, wird zu einer Gegenüberstellung gebracht. Er kann jedoch Mason nicht als den gesuchten Mann identifizieren. Die Polizei benötigt weitere Beweise. Sie brauchten etwas mehr und das mehr war ich. Der Mann, der 1956 die Mordwaffe in Shreveport gekauft hat, hat seinen Namen auf einem Unterkunftsnachweis hinterlassen. Paul Atthorn ist ein forensischer Schriftsachverständiger. Er soll die Unterschrift von Gerald Mason mit der des Übernachtungsgastes aus dem YMCA vergleichen. Wir achten darauf, ob Dokumente freihändig geschrieben sind mit dem gleichen Schwung, der gleichen Größenrelation, der gleichen Ausrichtung zur Grundlinie, wie sie geformt sind und ob sie offene oder geschlossene Schleifen haben. Wie wurde interpunktiert, wie ist der I-Punkt und der T-Strich? Sofort bemerkt Ertholm einige Buchstaben, die besonders hervorstechen. Das erste war das große G. Wir hatten es in George und in Gerald. Die Größenrelation, die Breite der Buchstaben, der Schwung, die Anzahl der Striche, um den Buchstaben zu formen, jedes dieser Merkmale stimmte. Und das war sehr wichtig. Es gibt weitere Übereinstimmungen beim Buchstaben D und bei S-O-M. Und noch etwas ist überraschend. Ich bemerkte, dass sich die Handschrift Mr. Masons von 1957, als er 23 Jahre alt war, bis 1999 nicht ein bisschen geändert hatte. Sie war exakt gleich. Paul Aetholm ist überzeugt, dass Gerald Mason mit dem Namen George Wilson unterschrieben hat. Nahezu fünf Jahrzehnte nach dem Verbrechen wird Mason festgenommen und des Mordes angeklagt. Als sie uns vorstellten und ihm mitteilten, dass wir Mordermittler sind, war er ein wenig irritiert und sagte, ihr seid wegen damals hier? Das ist so lange her, ich kann nicht glauben, dass ihr mich mit so etwas langweilt. 45 oder 46 Jahre später. Aufgrund der Beweise geht die Anklage davon aus, dass Gerald Mason die Waffe in Louisiana gekauft hat. Danach hat er sich als George D. Wilson im YMCA eingebucht. Mason ist ein Herumtreiber, als er 1957 nach Kalifornien kommt. Er betrinkt sich gerade in der Nähe des Hawthorne Airport, als er Bob D. Wars Auto in Lovers Lane parken sieht. Er überfällt die Teenager, vergewaltigt ein Mädchen von ihnen und stiehlt das Auto. Auf seiner Flucht fährt Mason über eine rote Ampel. Zwei Beamte sehen das und stoppen ihn. Die Beamten ahnen nicht, dass das Auto gestohlen ist. Mason steigt aus dem Auto, damit die Polizisten die gestohlenen Gegenstände auf dem Rücksitz nicht sehen. Als Officer Phillips sich abwendet, treffen ihn drei Schüsse in den Rücken. Drei weitere töten Officer Curtis durch die Windschutzscheibe. Während der Angreifer flüchtet, feuert Officer Phillips seinerseits drei Schüsse ab. Einer geht durch den Kofferraum und trifft Mason vermutlich in den Rücken. Als Gerald Mason verhaftet wird, bitten ihn die Ermittler sein Hemd auszuziehen. und tatsächlich hatte er eine Schusswunde am Rücken. Der Beweis, dass Officer Phillips getroffen hat. Das Letzte, was er in seinem Leben getan hat, war, den Mann für immer zu kennzeichnen, der ihn und seinen Partner getötet hat. Das ist sehr beeindruckend und fast so, als würde jemand aus seinem Grab zu dir sagen, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen, wer es ist. Ich habe ihn mit 9 Schüssen gekennzeichnet. Soweit ich weiß, ist das nie in den Medien veröffentlicht worden. Ich fragte, warum haben sie das nicht verraten? Er antwortete, es sollte niemand wissen, wir wollten nicht, dass er eine plastische Operation machen lässt. Das war beeindruckend. Die Herkunft der Waffe wurde bis nach Shreveport zurückverfolgt. Die Handschrift ist Masons und auch der Daumenabdruck auf dem Lenkrad. stammt von ihm. Ich habe das Rotlicht nicht bemerkt. Ich stieg aus meinem Auto und ging zu ihnen. Ich hatte das Gefühl, dass ich für das, was ich getan hatte, die Todesstrafe bekäme. Als ich einer der Officer umdrehte, erschoss ich beide. Um einen öffentlichen Prozess zu vermeiden, bekennt sich Gerald Mason des Mordes für schuldig. Er wird zu zwei lebenslangen Gefängnisschlafen verurteilt. Er hat die Tat nur aus persönlichem Interesse gestanden, damit seine Familie, seine Frau und seine Enkel nicht hören, wie er das Mädchen vergewaltigt hat. Er opferte das Leben von zwei Polizeibeamten, in seiner Verhaftung zu entkommen. Es ist unmöglich, so vielen Personen zu verdeutlichen, wie leid es mir tut. Ich verstehe nicht, warum ich das getan habe. Das widerspricht total dem, an was ich glaube. Das passt nicht in mein Leben. Das ist nicht die Person, die ich kenne. Ich verabscheue diese Verbrechen. Was die Leute über ihn sagen, er habe doch als 24-Jähriger diese Verbrechen begangen und sei danach ein Leben lang straffrei geblieben. Das interessiert nicht. Er ist ein Dieb, ein Vergewaltiger und ein Mörder. Er ist nur alt geworden. Das ist alles. Die Wissenschaft dieser forensischen Beweise, wir werden erleben, dass noch mehr alte Fälle mit Hilfe fortschrittlicher Technologien gelöst werden.